Die Hans-Jessen-Show Hier ist die Hans-Jessen-Show Hier ist die Hans-Jessen-Show Hier ist die Hans-Jessen-Show Hier ist die Hans-Jessen-Show Einen recht schönen guten Abend. Es ist 19 Uhr und ein paar Sekunden. Das ist die 24. Ausgabe der Hans-Jessen-Show, eure Politik-Sprechstunde. Wir haben den Zwei-Wochen-Rhythmus, in dem wir eigentlich erscheinen wollen, nicht immer so einhalten können. Das hat a. etwas mit Urlaub zu tun, b. mit so vielen anderen Videos und Produktionen, die zu leisten und zu veröffentlichen sind vor diesen weltbewegenden Wahlen. Und konkret heute damit, dass wir ganz unbedingt einen speziellen Gast im Studio haben wollten, der heute Zeit hatte und hat. Ulrike Herrmann, ich grüße dich. Ja, hallo. Ulrike, das letzte Mal, als du hier gesessen hast, das war am 17. Januar mit Albrecht von Lucke und Thilo und mir. Da haben wir auch über diese anstehende Wahl uns unterhalten. Weißt du noch, was deine Prognose damals gewesen ist, z.B. im Hinblick auf die SPD? Naja, also ich dachte, dass die SPD dann in den Keller rauscht. Also ich dachte eigentlich, dass es zu so einer Art Kopf-on-Kopf-Rennen zwischen Grüne und Union kommen würde. Also ich muss zugeben, ich habe mich geirrt. Wie allerdings fast alle, nicht? Also es war ja so, dass Olaf Scholz immer gesagt hat, ich werde Kanzler. Das hat er ja auch bei 15 Prozent erzählt und alle haben gelacht. Man muss aber sagen, dass im Rückblick die strategische Analyse der SPD absolut richtig war. Die reden ja schon seit 2019 darüber, wie sie das eigentlich in dieser Wahl anstellen wollen. Also die hatten wirklich eine Langfristplanung. Und der Kern war, dass sie gesagt haben, es dauert eben eine sehr lange Zeit, bis die Deutschen merken, dass Merkel nicht wieder antritt. Und erst wenn die Deutschen merken, dass Merkel wirklich geht, wird sozusagen der echte Wahlkampf losgehen. Und die Idee der SPD war immer, und das ist eben aufgegangen, dass sie darauf gesetzt haben, dass Olaf Scholz der Merkel-Erbe wird und nicht der Kandidat der Union. Und das genau hat die Union immer falsch gesehen. Also die Union dachte, egal wen wir aufstellen, egal wie unbegabt er ist, also Laschet, ist völlig Schnuppe. Wir sind die Volkspartei, wir sind die CDU, wir sind die Merkel-Erben, weil wir bei der CDU sind. Und das ist tatsächlich dann nach hinten losgegangen und es ist genauso gekommen, wie die SPD sich das immer vorgestellt hat. Aber ich muss zugeben, ich habe mich eben auch geirrt. Boshafterweise habe ich noch ein paar wörtliche Äußerungen rausgeschrieben. Achso, okay, das kann ja nur peinlich sein. Okay, erzähl. Nein, machen wir gleich. Ich möchte aber natürlich nicht versäumen zu sagen, wir freuen uns sehr auf eure sowohl Kommentare, Fragen, die ihr hier stellen könnt, über WhatsApp, über Telegram oder per E-Mail. Und ihr könnt euch auch, also auf diesen Wegen könnt ihr euch melden, wenn ihr Fragen an Ulrike habt. Wir rufen euch dann an. Praktikant Thilo macht das. Ihr könnt euch also live ins Gespräch einschalten, so in ungefähr 20 Minuten, halbe Stunde geht der Teil los. Überlegt euch schon, ihr seid wirklich herzlich willkommen. Und im Live-Chat könnt ihr natürlich auch Fragen ab sofort stellen, die wir versuchen einzubauen. und so. Ulrike Herrmann, für die zwei oder drei, die jetzt nicht ganz wissen, wer sie ist, eine außerordentlich geschätzte Kollegin von der Taz. Na, danke. Ja, doch, doch, doch. Eine Ökonomin, Buchautorin, faktenstark und meinungsstark. Die Kombination trifft nicht immer zu. Bei dir trifft das zu. Deswegen freuen wir uns sehr. Ulrike, also jetzt nochmal zu dieser Sendung, wo wir hier gesessen hatten am 17. Januar. wörtliches Zitat. In der SPD will niemand mehr regieren, außer vielleicht Olaf Scholz. Das hat sich jetzt geändert? Ja, also dieser Satz war im Januar absolut wahr. Also die meisten SPDler wollten in die Opposition. Also man hatte diese vielen Jahre der großen Koalition wirklich in allerschlechtester Erinnerung. Man wollte auf gar keinen Fall wieder in eine große Koalition. Man hatte dann ja auch nur noch diese 15 Prozent zwischenzeitlich und eigentlich hatte die Basis die Idee, man geht in die Opposition und da wird man sich dann erneuern und nochmal das Programm sortieren und so weiter. Aber das ist natürlich jetzt alles völlig anders. Also seitdem dann Olaf Scholz auch zur Überraschung seiner eigenen Partei derartig gut in den Umfragen ist, will man natürlich regieren. Also jetzt ist ja die strategische Lage für die SPD völlig anders. Jetzt ist ja das Kanzleramt in Sichtweite und da will man natürlich einziehen. Weiterer Satz von dir. Die SPD, da ging es jetzt, wo landen die Parteien dann am 26. Die SPD wird irgendwo bei 15 Prozent landen. Unerheblich, was noch passiert und was Scholz noch macht. Ja, das ist offensichtlich falsch. Dazu habe ich mich ja jetzt schon hinreichend geäußert. Daran sieht man mal, dass man mich als Prognostikerin echt vergessen kann. Also ich dachte ja auch nicht, dass Trump gewählt wird. Oder ich dachte auch nicht, dass es zum Brexit kommt. Du bist einfach Berufsoptimistin. Ja, genau. Letztes Zitat aus dieser Serie. Es ist klar, dass Schwarz-Grün kommt. Das ist auch der SPD klar. Es weiß jeder, dass Schwarz-Grün kommt. Die SPD wird sowieso keine Rolle spielen. Richtiges Paket. Ja, aber da möchte ich jetzt nochmal eine Sache sagen, was auch wichtig ist für die Gesamtanalyse. Damals wussten wir noch nicht, wer der Kanzlerkandidat der CDU oder der Union wird. Und meine Prognose war ja, ich weiß nicht, ob du das auch noch alles vorlesen wirst, dass das Söder wird. Wenn jetzt Söder genommen worden wäre, der eindeutig der bessere Kandidat war, dann hätte Olaf Scholz diese Art von Höhenflug niemals erlebt. Also wenn Söder Kandidat gewesen wäre, hätten wir einen Wahlkampf gesehen, wie wir ihn auch in Deutschland noch nie erlebt haben. Also sehr stark auf Bilder fokussiert, sehr stark inszeniert, auch sehr amerikanisch, auch sehr energetisch. Und nur weil die CDU sich für den schlechtesten Kandidaten entschieden hat, die sie überhaupt hatten außer Merz und den offensichtlichen Favoriten nicht genommen haben, hatte Scholz überhaupt eine Chance. Und wenn Söder Kanzlerkandidat geworden wäre der Union, dann hätte es für Schwarz-Grün auch gereicht. Und über die SPD hätte nie irgendjemand geredet. Also das ist jetzt ungewöhnlich für eine, sagen wir mal, linke Analytikerin, dass du es doch jetzt sehr stark an der Person festmachst. Normalerweise reden wir über Strukturen, über Programme und so weiter. Und du machst es jetzt wirklich ganz überwiegend oder ausschließlich an der Person fest? Ja, also Laschet ist schon das absolute Phänomen. Also ich habe ja immer gesagt, dass er unfähig ist. Und genau so war es. Und er hat ja dann interessanterweise genau in dem Moment versagt, als es eigentlich gut lief für ihn, um es mal zynisch zu sagen. Also normalerweise sind Katastrophen wie die Flutkatastrophe im Ahrtal oder in Nordrhein-Westfalen der Moment, wo Politiker zeigen können, dass sie Macher sind. Denn eine Krise ist immer die Stunde der Exekutive. Das Parlament spielt keine Rolle mehr. Es konzentriert sich alles dann auf den Ministerpräsidenten oder die zuständigen Politiker. Und da hätte jetzt Laschet mal zeigen können, was er kann. Und genau in dieser Stunde der Exekutive hat er komplett versagt. Und das liegt nicht nur an diesem Bild, wo er dann gelacht hat, während Steinmeier im Vordergrund die Flutopfer sozusagen mit einer aufbauenden Rede mobilisieren wollte. Dieses Bild hat natürlich Laschet enorm geschadet. Aber das ist nicht der Grund, warum man sagen kann, dass er wirklich versagt hatte. Sondern vorher hat er auch schon Pressekonferenzen gegeben, die auch höchst seltsam waren. Also man hat wirklich gemerkt, Laschet in der Krise ist komplett überfordert. Und das ist natürlich eine Katastrophe für diesen Wahlkampf gewesen. Weil wenn das Kanzleramt etwas ist, dann ist es der Ort, wo eine Krise nach der nächsten gemanagt wird. Und genau das traut eben die Mehrheit der Bevölkerung Laschet überhaupt nicht zu. Und zwar zu Recht. Und das wäre mit Söder alles völlig anders geworden. Warum traut jetzt offenbar die Mehrheit es Scholz zu und viel weniger als die meisten noch vor ein paar Monaten oder Wochen gedacht hatten Annalena Baerbock? Annalena Baerbock ist eine sehr begabte Politikerin. Sie ist auch sehr intelligent, auch sehr schnell im Kopf. Auch durchaus schlagfertig. Das sieht man ja jetzt auch, wenn sie sich da in den Triels warmläuft, dass sie eigentlich immer besser wird. Sie hat auch eine sehr steile Lernkurve. Aber das Problem von Annalena Baerbock ist, und das haben die Grünen unterschätzt, würde ich auch im Rückblick sagen, sie hat überhaupt gar keine Exekutiverfahrung. Also sie hatte noch nicht mal ein Ministeramt. Und die Idee war ja, wir sind locker flockig. Wir haben zwar noch nie, also Annalena Baerbock hat noch nie regiert, macht aber nichts. Sie wird trotzdem eine Superkanzlerin. Und das hat bei der Bevölkerung nicht wirklich verfangen. Und dann, ich meine, diese ganzen Geschichten über ihren Lebenslauf und die Plagiate in ihrem Buch, die sind alle völlig unerheblich. Aber die trafen auf so eine Stimmung, okay, Erfahrung hat sie sowieso nicht. Sie wirkt immer so übereifrig, so streberhaft. Und klar, dass die jetzt auch noch ihren Lebenslauf geschönt hat. Also da passten sozusagen das öffentliche Bild und dann die Vorwürfe passten irgendwie zusammen. Und das hat dann ihren Ruf zumindest ein wenig beschädigt. Ich glaube, dass sie inzwischen wieder aufholt in der öffentlichen Wahrnehmung. Andererseits muss man aber auch sagen, dass die Grünen sowieso nie ins Kanzleramt eingezogen wären. Bist du sicher? Ja, da bin ich absolut sicher. Dass diese Höhenflüge, der in den Umfragen sozusagen eine Art Blase waren, es war noch nicht ernst, keiner kannte Annelene Baerbock, die CDU hatte ihren Kanzlerkandidaten noch nicht vorgestellt und so weiter. Und in dieser Phase dachte man sich, vielleicht wähle ich ja grün. Aber in Wahrheit ist es so, dass die Deutschen eigentlich gar nicht bereit sind für einen grünen Kanzler oder eine grüne Kanzlerin. Und auch Habeck hätte immer Kampagnen erlebt. Also angenommen, der wäre Kanzlerkandidat gewesen, dann hätte man gesagt, er ist nicht faktensicher. Der erzählt komische Sachen, wenn er in die Ukraine reist. Also genau deswegen haben sich die Grünen ja gegen Habeck entschieden, weil sie Angst hatten, dass er nicht faktensicher ist. War das vielleicht die falsche Entscheidung? Wäre Habeck vielleicht besser durch diese sozusagen sich dann in ihrer Substanz und Struktur doch verändernde Wahlkampfzeit gekommen? Ja, wie gesagt, also Habeck hat den ganz großen Vorteil, dass er in sich ruht. Der ist ja durch nichts zu erschüttern. Und er hat Erfahrung als Minister in Schleswig-Holstein, wo er auch extrem beliebt war als Minister. Da sind ja sogar inzwischen reihenweise CDU-Wähler zu den Grünen geschwenkt, weil sie alle Habeck-Fans sind. Also insofern hat Habeck Vorteile. Aber wie gesagt, auch wenn Habeck der Kanzlerkandidat gewesen wäre, hätte es Attacken gegen die Grünen gegeben. Also es hätte Kampagnen gegeben und auch Habeck hätte Prozente verloren. Das hat man dieses Muster, sieht man ja jetzt in wirklich jeder Wahl. Immer wenn die Grünen zu erstarken scheinen, gibt es Kampagnen. Also ob das der Veggie-Day ist oder die angeblichen Pädophilien 1980 oder so. Und wenn dann das vorbei ist, redet von diesen Pädophilen oder vom Veggie-Day keiner mehr bis zur nächsten Wahl. Also da sind vor allem die CDU, aber auch andere Parteien sehr geübt darin, immer wenn die Grünen kommen, aus allen medialen Rohren zu schießen. Auch ganz besonders mit Unterstützung der Bild-Zeitung. Um zu versuchen, diesen Konkurrenten irgendwie klein zu halten. Und das wäre auch Habeck passiert. Bisher grünes Parteimitglied. Ja, das muss man vielleicht noch zusätzlich erwähnen, damit es ja ganz offen mit ganz offenen Karten gespielt wird. Wie du das sagst, und die Einschätzung wird ja von vielen geteilt, dass das den Grünen immer wieder passiert. Das war 2013 so, 2017 so. Und wenn man sich dann jetzt, ich sage aus meiner Sicht mal, das grüne Krisenmanagement und Wahlkampfmanagement anguckt, dann steht man davor und sagt, die agieren so, als seien sie sich dieser Wahrscheinlichkeit gar nicht bewusst gewesen. Die waren nicht besonders gut vorbereitet auf das, was da kommt. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man sich darauf auch nicht vorbereiten kann. Wirklich? Ja, im Rückblick ist man ja immer schlauer. Und nochmal wird man keinen Lebenslauf ungeprüft lassen. Und beim nächsten Mal wird kein Buch erscheinen. Oder wenn ein Buch erscheint, dann mit tausend Fußnoten. Aber dann wird es eine andere Kampagne geben. Also es ist ja nicht so, dass die Kampagnen immer wieder in die gleiche Kerbe hauen. Dann könnte man sich darauf vorbereiten. Sondern irgendwas ist immer. Also diese Idee, glaube ich, dass es eine perfekte Kampagne geben kann, in der es absolut keinen Fehler gibt. Die ist eben, glaube ich, falsch. Und stattdessen muss man sehen, die Grünen haben jetzt nach den neuesten Umfragen irgendwie 16 bis 17 Prozent. Und das ist ungefähr doppelt so viel wie beim letzten Mal. Also vor lauter Kanzlerträumen bei einigen vergisst man ganz und gar, wie enorm der Erfolg eigentlich ist. Denn keine andere Partei hat ihren Wähleranhang sozusagen in vier Jahren dann schon mal verdoppelt. Das ist eigentlich sensationell. Ja, wenn man von da unten kommt, ist das auch einfacher. Ja gut, das stimmt. Thule fragt, wie nimmst du als Frau den Wahlkampf wahr? Vor allem in Bezug darauf, wie mit Annalena Baerbock als Frau umgegangen wird. Also eigentlich würde ich jetzt mal sagen, dass der Umgang relativ fair ist. Aber man sieht natürlich ganz klar, dass Rollenklischees eine enorme Rolle spielen. Also zum Beispiel, jetzt gab es ja das Triell am Sonntag und da würde ich jetzt schon mal sagen, dass Annalena Baerbock extrem fakten sicher war und auch am konkretesten, was sie eigentlich machen will. Während Laschet hat nur gelabert und Unsinn erzählt und Scholz hat natürlich sozusagen seine Erfahrung als Minister ausgespielt. Aber Baerbock war eigentlich am konkretesten. Was passiert? In den Umfragen sagen hinterher die Zuschauer, dass Baerbock am sympathischsten war, aber eigentlich hätte sie ja nur moderiert und die Männer seien die Kompetenten. So und da kann man einfach sagen, objektiv, das ist eine völlig falsche Beschreibung dessen, was da passiert ist. Aber da sieht man, dass aus der Sicht vieler Zuschauer es offenbar undenkbar ist, dass eine junge Frau kompetent sein kann. Das wird nur den Männern zugetraut und je älter, desto besser. Ich mache mal einen Disclaimer. Okay, du bist auch ein alter Mann. Nein, nein, nein. Ich bin auch ein alter Mann. Nein, nein. Ich mache den Disclaimer. Es gab ja hinterher die Blitzumfragen. Ja, genau, die meine ich auch. 1500. Ich war einer davon. Ach so. Tatsächlich hat der Computer von Infratest D-Map, der ja nach dem Zufallsprinzip arbeitet, irgendwie meine Nummer damit angewählt. Ich habe das denen natürlich gesagt, liebe Leute, ich sage euch mal, ich habe früher auch mit eurem Ladenschutz zusammengearbeitet. Ich bin da nicht ganz unerfahren. Da haben die gesagt, ja, aber das ist für diese Fragen egal. So und deswegen kenne ich natürlich auch die Fragen. Es waren im Übrigen exakt die, es war auch genau die gleiche Formulierung, die dann in den Antworten vorkam. Manchmal ist ja die Vermutung da, die Fragen ganz anders um diese Antworten. Nein, also die gestellte Frage und die veröffentlichte Frage, die waren dann schon identisch. Das Ergebnis, muss ich sagen, hat mich dann aber auch überrascht, dass in der Tat bei allem, was Kompetenz ist, wer hat gewonnen, wer war am überzeugendsten, immer Olaf Scholz vorn und dann bei der Frage, wer war am sympathischsten, auf einmal die nette Frau Baerbock, wie du es beschreibst. Was sind denn aus deiner Sicht eigentlich Annalena Baerbocks größte Stärken und Schwächen? Also ihre größte Stärke ist die wahnsinnige Geschwindigkeit, mit der sie Fakten aufnehmen kann. Also ich glaube, das wird nicht klar genug gesehen, dass sie da ungefähr so schnell ist wie Angela Merkel. Anders als wenn sie nicht diese enorme Geschwindigkeit hätte, dabei sich Wissen raufzuschaffen, wäre sie nicht da, wo sie heute ist. Sie kann dann das Wissen, das sie aufnimmt, auch rasant schnell verknüpfen. Sie ist schlagfertig, also sie kann auf erstaunliche Fragen immer passgenau antworten. Das ist eine enorme Begabung. Sie ist strategisch. Also dass sie gegen Robert Habeck gewonnen hat, liegt ja daran, dass die gesamte grüne Partei oder sagen wir mal so, der gesamte Machtkader der Realos in der grünen Partei geschlossen hinter ihr steht. Ja, aber sie wollte es. Ja, natürlich, sie wollte es. Ja, sie wollte es. Aber ich meine, das, nein, nein, natürlich wollte sie es. Der Punkt ist aber, Bündnisse zu schmieden und die eigene Partei hinter sich zu bringen, das ist eine Begabung, die ein erfolgreicher Politiker unbedingt braucht. Und das kann sie. Ja, innerhalb des geschlossenen Systems Partei hat sie sich in diesen paar Jahren, so lange ist sie ja noch gar nicht in der Bundespolitik, relativ schnell durchgesetzt. Ja, du fragst mich ja nach den Begabungen. Nach den Begabungen, so und jetzt, das war die Abteilung Begabung. Kommen wir mal zu den Schwächen. Wo ist sie, ist es möglicherweise eine Schwäche, wäre jetzt eine These von mir, dass sie das, was sie innerhalb der geschlossenen Organisation, so eine Partei ist ja ein Kosmos für sich selbst. Parteien, jeder Parteitag ist sozusagen ein Globus dieser Partei. Unglaublich, eine Parallelwelt. Möglicherweise kann sie das aber nicht über diesen Kosmos hinaus so gut kommunizieren, kann das sein? Nein, also ich glaube, dass sie auch sehr gut kommunizieren kann. Also das Phänomen ist ja, dass die Mehrheit der Wirtschaftsbosse sagt, dass sie möchten, dass die Grünen eine zentrale Rolle in der nächsten Regierung spielen. Und das liegt daran, dass Annalena Baerbock, die dieses Feld auch beackert hat, mit all diesen Bossen die ganze Zeit kommuniziert hat. Also die Grünen haben sozusagen die letzten vier Jahre strategisch genutzt, die Wirtschaft auf ihre Seite zu ziehen. Das ist etwas, was Laschet jetzt auch merkt, dass das alles überhaupt nicht ankommt bei der Wirtschaft, dass er immer erzählt, ja und dann lassen wir die mal machen und dann warten wir mal. Das will die Wirtschaft gar nicht, die wollen Vorgaben, die wollen Ziele, die wollen Investitionspläne, die wollen sozusagen einen Weg in die Zukunft. Und das hat Annalena Baerbock dann alles mit denen auch immer besprochen. Also beispielsweise hat ja auch der Ex-Chef Käser von Siemens, hat immer Werbung für Baerbock gemacht. Das ist alles schon sehr bemerkenswert. Ich glaube, ihre sozusagen größte Schwäche ist tatsächlich, dass Annalena Baerbock nicht warten konnte. Also sie hat sozusagen ihr eigenes Leben verpasst. Was heißt das? Ja, also weil sie gut war, hatte sie Erfolg, also war sie in der Politik, gleichzeitig war sie noch Mutter und sie hat nichts anderes erlebt außer Politik. Also zum Beispiel kennt sie ja Brandenburg gar nicht, das ist aber das Land, das sie vertritt. Also das hat sich dann ja gezeigt, als sie in Biesenthal war und dachte, das sei im Oderbruch. Und das ist ja natürlich irgendwie kleiner Lapsus, das muss man jetzt auch nicht weiter ernst nehmen, aber das zeigt eben, dass sie noch nie in Biesenthal war und das ist gerade mal nördlich von Berlin. Und gar keine Ahnung hat, in welchem geografischen Raum sie sich eigentlich bewegt, weil sie ja immer nur im Bundestag war und immer nur Karriere gemacht hat. Und also tragischerweise könnte es so sein, dass es für Baerbock eigentlich besser gewesen wäre, wenn sie noch ein bisschen gewartet hätte oder anders gesagt, wenn sie einfach ihr Leben gelebt hätte. Sie ist so begabt, sie hätte auch mit 50 oder 55 das Kanzleramt erstreben können. Merkel hatte ihr Leben. Ja, Merkel hatte ihr Leben natürlich auch sozusagen. Aus anderen Gründen. Ja, zum Teil auch erzwungen. Aber sie hatte es. Ja, genau. Dadurch, dass eben sie in der DDR aufgewachsen ist und da erstmal nichts möglich war. Und Habeck hatte dieses Leben auch. Also der hat erstmal seine vier Kinder großgezogen und ist dann in die Politik gegangen. Und ich glaube, das ist sozusagen die Gefahr für Baerbock. Weil sie so gut ist und weil sie so schnell ist, überspringt sie dann Stufen, die aber eigentlich doch wichtig sind. Und dazu gehört zum Beispiel das Kapitel Lebenserfahrung. Es gibt Verwunderung darüber, dass du als Schatzkollegin sozusagen im Grunde empfiehlst, dass man doch auf die Wirtschaftsbosse hören soll. Nee, also die... Das klang eben ein wenig so. Also ich habe ja da gerade über die Realpolitik geredet. Und man kann ja jetzt als grüne Partei nicht ignorieren, dass man, wie gesagt, besprechen wir ja gerade, irgendwie bei 17 Prozent ist. Das heißt, man ist nicht die Mehrheit der Bevölkerung, sondern man ist nur eine große Minderheit. Das heißt, man muss, wenn man Realpolitik machen will, immer Bündnispartner suchen. Und da ist die Wirtschaft einer der Bündnispartner. Oh, schönes Stichwort, Bündnispartner. Da gibt es relativ viele Fragende, die erinnern sich daran, dass in dem Gespräch am 17. Januar, als es auch um Bündnisse ging, also ein Bündnis, von dem du gesagt hast, das wird nie, nie, nie passieren, ist Rot-Rot-Grün. Sagst du das immer noch? Ja. Ja, wieso? Von den Zahlen her ist das im Moment im Bereich des Möglichen. Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel hat sich Jan-Aleena Baerbock eigentlich ziemlich stark da gegen die Linken abgegrenzt. Also es ist jetzt so, dass die Linken eigentlich gerne in dieses Bündnis wollen. Unbedingt, ja. Für die Linkspartei ist das ja auch sehr gefährlich, dass sie bei sechs Prozent liegen und dass es immer sein kann, dass man die Fünf-Prozent-Hürde gar nicht erreicht. Aber die, ich glaube schon, dass es sehr stark erkennbar ist, dass die Grünen eigentlich lieber andere Optionen präferieren, ohne Linkspartei, weil das wird ja auch deutlich. Also lieber Ampel oder lieber Jamaika als Links? Ja, weil das Problem der Linkspartei ist ja tatsächlich, dass die Außenpolitik in der Partei nicht geklärt ist. Also ob das jetzt Bundeswehreinsätze sind oder die NATO-Mitgliedschaft, auch Europa ist sehr umstritten. Und das hat ja auch dazu geführt, dass führende Außenpolitiker die Fraktion verlassen haben und gar nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Und dass Gysi sozusagen als Notmaßnahme da jetzt wieder den Außenpolitiker gibt, obwohl er sich eigentlich zurückziehen wollte. Und das ist natürlich ein Problem, weil auf Landesebene, wo ja Rot-Rot-Grün existiert, beispielsweise in Berlin, sind ja diese ganzen außenpolitischen Fragen völlig unerheblich. Aber das ist eben völlig anders auf der Bundesebene, das merkt man ja. Merkel ist ständig in sozusagen Krisenmissionen unterwegs, ob in der Ukraine oder in Brüssel. Und da braucht man natürlich dann eine Koalition, die da auch geschlossen hinter steht. Und das kann die Linkspartei gar nicht garantieren, weil sie genau in der Mitte der Fraktion auch gespalten ist. Wie gesagt, das hat ja personelle Konsequenzen. Also die Grünen, ich beschreibe das nur, das ist ja gar nicht wertend, was ich mir vorstelle. Die Grünen wollen entweder Jamaika oder dann eine Ampel, aber nicht Rot-Rot-Grün. Aber die Grünen, sagst du jetzt, am Ende müsste ja, glaube ich, über eine Koalition dann doch die grüne Mitgliedschaft die Basis abstimmen. Und ein bisschen kenne ich die ja auch. Und es würde mich schon wundern, wenn es da nicht ein relativ starkes Lager dann doch, wenn das die Alternativen sind. Ich sage mal Jamaika oder Ampel oder Rot-Rot-Grün. Und es würde mich sehr wundern, wenn da nicht ein sehr starker Strang wäre, der sagt, nee, dann streben wir Rot-Rot-Grün an. Ja, also ich meine, dass man jetzt nicht sagt, wir werden auf gar keinen Fall mit der Linkspartei koalieren. Das sagt ja auch Annalena Baerbock nicht. Liegt ja daran, dass man nicht von Christian Lindner, FDP-Chef, erpresst werden will. Also wenn man sagt, wir koalieren auf gar keinen Fall mit der Linkspartei, dann ist man in der Hand von Christian Lindner. Und das will natürlich keiner, weil dann Christian Lindner eben irgendwelche Steuersenkungen für die Reichen fordert und anfängt. Und bei Jamaika ist man in den Händen von Laschet und Lindner. Ja, genau. Ist das besser? Das ist aus meiner Sicht der Grund, warum Laschet nicht Kanzler wird. Aha. Ja, also ich glaube, das ist völlig unterbelichtet, was für ein Problem es ist, für Laschet, dass Lindner FDP-Chef ist. Also Laschet glaubt, glaube ich, immer noch, das sei irgendwie ein positives Asset für ihn, nach dem Motto, dann können wir ja regieren wie in Nordrhein-Westfalen, ich und Lindner und dann gibt es noch die Grünen als Anhängsel. An diesem schönen Plan gibt es irgendwie zwei Probleme. Das erste ist, die Bundesrepublik, die meisten Deutschen wollen nicht von einer Kombi Laschet-Lindner regiert werden. Das ist für die der Albtraum, weil man nämlich in Nordrhein-Westfalen den Eindruck gewinnen kann, dass dann eigentlich die FDP sagt, wo es lang geht und Laschet lächelt immer nur. Das ist ein derartiges Horrorszenario, dass ja auch in NRW keineswegs sicher ist, dass diese schwarz-gelbe Koalition durchhält und wiedergewählt wird. Obwohl die SPD da schwach ist. Also die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland will diese Kombi gar nicht und für die Grünen ist das natürlich ein Albtraum. Also wenn man Jamaika macht mit Laschet und Lindner, dann ist ja klar, dass man nur noch das sechste Rad am Wagen ist, dass diese beiden Buddies sich immer absprechen und man selber gucken kann, wo man bleibt. So das heißt, ich würde denken, dass die Grünen als Bedingung für Jamaika sagen, dass Laschet nicht der Kanzler wird, sondern dass das irgendjemand anders werden muss, am besten Söder oder sonst wer. Die Grünen möchten dann lieber Söder zum Kanzler machen. Ja, das hätte eine enorme Akzeptanz. Kennst du irgendjemanden bei den Grünen aus einer Entscheiderposition, der das vorhat, von dem du es weißt? Also ich werde da jetzt hier keinen Namen nennen, aber mir wurde schon gesagt, dass das bei den Grünen diskutiert wird. Weil Söder hätte ja noch einen weiteren Vorteil, also abgesehen davon, dass er nicht aus NRW ist und nicht schon seit vier Jahren bei Linden auf dem Schoß sitzt. Er könnte ja den rechten Flügel der Union integrieren und damit wer Lindner automatisch entmachtet. Man stelle sich mal vor, Laschet wird jetzt tatsächlich Kanzler. Und dann immer, wenn Laschet versucht, auf die Grünen zuzugehen, wird der rechte Flügel der CDU sagen, nein, und jetzt verrät er schon wieder das konservative Erbe der CDU und wo bleibt Merz und so weiter. Das wird extrem schwierig. Wenn Söder da Kanzler wäre, würde der konservative Flügel immer schweigen nach dem Motto, unser Mann ist ja endlich da, wo er sein soll, hier ist ein Macho an der Spitze, alles ist gekommen, wie wir es schon immer haben wollten. Und dann könnte eigentlich Söder, gerade weil er bei den Konservativen als konservativ durchgeht, den Grünen mehr Zugeständnisse machen, als dass Laschet jemals machen könnte. Und gleichzeitig würde die FDP da keine große Rolle mehr spielen, weil sozusagen das Bündnis der konservativen CDU mit der FDP dann auch keine Rolle mehr spielen würde. Lass uns mal über ihn. Sprich, es ist kompliziert, anders gesagt, dann höre ich auch auf. Das, was wir jetzt erleben, ist noch gar nichts, sondern die wirklich spannenden Monate kommen nach der Wahl. Und die arme Angela Merkel wird noch... Ihre Weihnachtsansprache halten. Ja, ja, genau. Im Amtssein, so lange kann man gar nicht gucken. Da werden wir dann auch irgendwann einen historischen Fakten schenken machen. Genau. Ulrike, lass uns mal über Inhalte reden, damit wir nicht nur dieses sogenannte Horse Race, manche nennen das gern so, betreiben. Das DIW hat, glaube ich, letzte Woche festgestellt, dass eigentlich keine Partei ein Programm, ein realistisches Durchsetzungsmaßes ausformuliertes Programm hat, wie das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen ist. Du hast eben gesagt, in Bezug auf Rot-Rot-Grün, die Linke sei außenpolitisch sozusagen nicht handlungsfähig. In ihrem Sofortprogramm haben sie aber genau zu dem Punkt sich sehr eindeutig bekannt. Sie haben gesagt, A, Orientierung am 1,5-Grad-Ziel als Sofortprogramm. Und B, dann auch früherer Ausstieg generell aus den fossilen Energieträgern und speziell aus der Kohle. Das wäre doch aber ein Ansatzpunkt für diese dringlichste Frage. Ja, also das stimmt. Also die Linkspartei hat ein sehr seriöses Klimaschutzprogramm. Das gilt übrigens aber auch für die Grünen. Das gilt nicht mehr für die SPD und für die CDU, weil die SPD will ja irgendwie eine schwarze Null und gleichzeitig ganz viel in Klima investieren. Wie das gehen soll, steht in dem Programm nicht drin. Und bei der CDU ist es natürlich sowieso ganz abwegig. Da will man immer warten, dass irgendjemand investiert. Und die schwarze Null will man natürlich auch halten. Das klappt nicht. Also wenn man Klimaschutz machen will, dann muss man investieren, auch als Staat. Das heißt, man muss Schulden machen. Und das wird bei den Linken und auch bei den Grünen eigentlich genau erklärt. So, jetzt ist es aber trotzdem so, dass wenn man das 5 Grad... Ja, ja, endlich springt es jemand aus. 5 Grad erreichen wir, genau. Das schaffen wir, ja. Das ist wahrscheinlich das, was am Ende dabei rauskommt. Ja, aber wenn man das 1,5-Grad-Ziel erreichen will, dann müsste man auch radikaler sein als die Grünen und die Linkspartei. Weil beide Parteien ja immer noch von der Illusion ausgehen, dass es sowas gibt wie grünes Wachstum. Also alle Parteien in Deutschland von links bis zur CSU denken letztlich, aber natürlich in unterschiedlichen Schattierungen, dass man den Klimawandel oder die Klimakrise irgendwie technisch lösen kann. Und das ist aus meiner Sicht eine Illusion. Und insofern unterscheiden sich die Parteien schon sehr stark darin, wie ernst sie die Klimakrise nehmen und wie weit sie bei den ersten Schritten gehen. Und das ist ja schon mal wichtig, man muss ja vernünftig anfangen. Aber wenn man jetzt bis 2045 denkt, dann ist klar, dass keiner da das 1,5-Grad-Ziel erreicht. Ich möchte hier noch eine Frage von Impossible Physics einbringen. Toller Name. Ja, heißt auch so im wirklichen Leben, glaube ich. Wie kommen linke Parteien aus dem Dilemma raus, dass Umverteilung zu mehr Konsum und dadurch dann auch zu mehr Umweltzerstörung führt? Ja, die Frage ist absolut richtig und zielt ins Zentrum des Problems. Also ist natürlich ganz klar, Klimaschutz muss sozial gerecht sein. Also wenn das so läuft, dass am Ende nur noch die Reichen fliegen können, dann wäre das extrem unfair und würde in einer Demokratie auch überhaupt nicht akzeptiert. Aber diese soziale Gerechtigkeit kann nicht so laufen, dass alle mehr haben und mehr konsumieren. Das ist ja diese Idee des grünen Wachstums und man löst das alles technisch. Wenn man jetzt sagt wie ich, die Ökoenergie wird gar nicht reichen, um sozusagen die Wirtschaft aufrechtzuerhalten, wie sie heute ist. Wir müssen grünes Schrumpfen haben. Das heißt jetzt nicht, dass man in der Steinzeit landet, aber es geht um Schrumpfen, nicht um Wachstum. Dann bleibt nur eins, das kann man jetzt ewig lange erzählen, aber das mache ich hier mal kürzer, man muss rationieren. Das heißt, jeder kriegt das Gleiche. Soziale Gerechtigkeit, um jetzt mal beim Fliegen zu bleiben, wäre rein hypothetisch. Jeder hat einen Flug alle drei Jahre, egal was er verdient. Also das ist dann die Quadratur der Verbotspartei. Ja, ja. Und die ist in Deutschland, glaube ich, nicht direkt mehrheitsfähig. Wenn du mit einer solchen Programmatik kommst, welche Regierungskoalition könnte das denn dann überhaupt machen? Oder bist du jetzt in deinem persönlichen Ulrike-Hermann-Utopia angekommen? Ja, also ich glaube, man muss jetzt, wenn man das von außen anguckt, muss man zwei Ebenen immer trennen. Das eine ist die analytische Ebene. Was müsste man eigentlich machen? Die zweite Ebene ist, was lässt sich politisch durchsetzen? So Impossible Physics hatte ja jetzt eine analytische Frage gestellt. Nämlich, wie kann man Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit verbinden? Dann sage ich, es geht um grüne Schrumpfen und man muss rationieren. Wenn man das nicht macht, kommt man nicht beim 1,5 Grad Ziel raus. So, jetzt sagst du völlig zu Recht, dafür gibt es keine Mehrheiten. Genau. Auch innerhalb der Grünen nicht. Auch innerhalb der Grünen nicht. Es gibt gar keine Mehrheiten dafür. Also was passiert? Die Parteien haben alle das Ziel, klimaneutral zu sein. Sagen sie. Sagen sie. Ne, das steht als Ziel drin. Ja, steht drin. Bei jedem. Schreiben sie. Genau. Und die Maßnahmen reichen nicht, weil es eben für die nötigen Maßnahmen keine Mehrheiten gibt. So einfach ist das. Das heißt, im Augenblick ist ganz klar, dass Deutschland zusammen mit dem Rest der Welt die Klimaziele grandios verfehlen wird. Also es gibt ja auch schon Berechnungen, wie stark die Erwärmung sein wird, wenn man so weitermacht wie bisher. Das Mindeste ist plus drei Grad, aber es können auch plus fünf Grad werden, weiß ja keiner genau. Genau. Das heißt, wir steuern in die Katastrophe. Trotz dieser ganzen Parteiprogramme. Titanic-Eisberg. Genau. Und nun? Ja, ich meine, auf der analytischen Ebene ist klar, es geht um grünes Schrumpfen, es geht um Rationierung. Auf der politischen Ebene ist es klar, dafür gibt es keine Mehrheiten. Also marschieren wir weiter Richtung Katastrophe. Was soll ich denn dazu noch sagen? Naja, man kann den Eindruck haben, wäre jetzt meine These, dass der wundersame Wiederaufstieg der SPD bzw. der Olaf-Scholz-Partei, OSPD, also der OSPD, auch damit zu tun hat, nicht nur weil Laschet so schwach und Söder es nicht geworden ist, sondern weil Scholz den Eindruck vermittelt, ja liebe Leute, es ist schon klar, dass wir was ändern müssen und ich verspreche euch aber, das wird so glimpflich und sozialverträglich für euch wie nur möglich. Das ist ein bisschen, ich wasche euch den Pelz, aber mach euch nicht nass. Teilst du diese Einschätzung, dass Scholz mit diesem Ansatz in der Wahrnehmung vieler Bürger punktet? Ja, das stimmt. Ja, also sozusagen zwischen den Grünen, die Klimaschutz wollen und das auch offensiv nach außen tragen und Laschet, der immer nur erzählt, wir warten mal ab, ist er sozusagen die Mittelpartei, die Moderation und damit kommt er durch, ja. Was resultiert jetzt für dich daraus für Regierungsbildung, also wenn wir diese verschiedenen Szenarien haben? Für mich klingst du jetzt ein bisschen so, als wenn du sagen würdest, in Anbetracht der Realitäten fände ich Ulrike Herrmann dann doch die Ampel das am wenigsten schädliche Modell. Naja, also ich glaube, das Hauptproblem ist ja in Deutschland, dass eigentlich immer, wenn es wichtig wird, regiert ja nicht nur der Bundestag mit dem Bundeskanzler, sondern gleichzeitig auch der Bundesrat und die Länder. Und das heißt, Deutschland ist eine Konsensdemokratie. Also immer, wenn es wichtig wird, müssen alle zusammenwirken, Bundesrat und Bundestag. Und im Bundesrat gibt es immer die Möglichkeit, ein Veto auszusprechen. Also sagen wir, die Opposition hat da eigentlich fast immer die Mehrheit. So, und deswegen ist es eigentlich, um es hart zu sagen, sowieso Schnuppe, wer der Kanzler in Deutschland ist. Weil am Ende wirken alle zusammen und es wird das umgesetzt, was die Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert und mitmacht. Also natürlich gibt es dann begabtere Politiker und weniger Begabte. Also Angela Merkel, das ist jetzt vielleicht auch komisch, wenn das eine Grüne sagt, war eine sehr begabte Politikerin. In ihrem Stil. Ja, in ihrem Stil. Zu dem man aber auch sagen kann, 16 Jahre verpasste Chancen. Ja, aber das liegt ja daran, dass die Bevölkerung auch gar nicht mitgezogen hätte. Ja, aber ist es nicht Aufgabe von Politik, Führung so zu organisieren, dass Menschen dann auch, und sei es, widerwillig mitgehen? Nee, das sehe ich völlig anders. Also in der Demokratie ist tatsächlich der Souverän das Volk. Und das ist ja eigentlich auch gut so. Und Politiker, das ist aus meiner Sicht ja totale Irrtum, die führen nicht, die folgen. Also immer dann, wenn etwas mehrheitsfähig ist in der Bevölkerung, wird es auch von der Politik umgesetzt. Wenn das nicht mehrheitsfähig ist, passiert es meistens auch nicht. Also ein ganz klarer Fall war ja zum Beispiel der Super-GAU in Fukushima. Dann ist Merkel innerhalb von Tagen aus der Atomkraft ausgestiegen, obwohl sie vorher ja noch die Laufzeiten der AKWs verlängert hat. Ja, weil sie von der FDP dazu erpresst worden war. Ohne die Laufzeitverlängerung hätte es nie die schwarz-gelbe Koalition gegeben. Ich glaube, Merkel war lange vorher bereit, daraus zu gehen. Ja, natürlich. Merkel wollte schon immer aus der Atomenergie aussteigen. Genau, aber auch der konservative Flügel ihrer eigenen CDU wollte natürlich auch die Laufzeitverlängerung. Okay, also Laufzeitverlängerung. Merkel, wie gesagt, wollte eigentlich das nicht. Aber das waren die Mehrheiten. So, dann kam Fukushima und dann gab es die Umfragen, die klar gesagt haben, dass die Mehrheit der Bevölkerung Atomenergie jetzt für Wahl entscheidend hält. Und gleichzeitig gab es kurz darauf eine Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Und prompt ist Merkel eben aus der Atomenergie ausgestiegen. Wenn jetzt Umfragen zeigen würden, die Deutschen sind bereit für grünes Schrumpfen, dann würden sich morgen alle Parteien… Wir hatten die Flutkatastrophe im Ahrtal. Ja, aber das Thema, das Problem ist, das ist sehr, sehr teuer, 30 Milliarden, aber nicht jeder lebt am Fluss. So, die meisten Deutschen wissen ganz genau, das ist natürlich bedrohlich, dass der Starkregen zunimmt, aber ich selber persönlich werde wahrscheinlich gar nicht getroffen. So, und dann wird die Schulter gezuckt und wieder in den SUV gestiegen, nicht? Und du glaubst nicht oder siehst es nicht so, dass Politik, ich sag jetzt mal vor allem progressive Politik, eben progressiv die Dinge vorantreiben muss, auch Dinge vorbereiten und andeuten muss, sodass dann, wenn der historische Moment da ist, man das, was man schon lange für nötig hält, dann auch durchsetzen kann? Also Politik kann doch nicht nur hinterherlaufen und sagen, jetzt gucken wir mal, wozu das Volk bereit ist und dann… Da bist du jetzt, glaube ich, sogar Merkelscher als Merkel selbst. Ja, also man kann natürlich Programme schreiben, aber durchgesetzt wird es am Ende, wenn die Mehrheit zustimmt, weil wie gesagt, Bundesrat und Bundestag müssen immer bei allem, was wichtig ist, zusammenwirken. Ja, aber die Mehrheit, auch Bewusstseinsbildung in der Mehrheit, ist ja nicht nur etwas, was in einzelnen Köpfen vor sich hin gärt, sondern man reagiert auf das, was von anderen gesagt, analysiert, vorgeschlagen wird. Das ist doch Aufgabe von Politik sozusagen, diese Analysen, diese Vorschläge, den Weitblick, die Konsequenzen im Zusammenhang mit Wissenschaft zu liefern. Ja, okay, aber wenn, also wie gesagt, meine Analyse ergibt, angesagt wäre grünes Schrumpfen. Ja. Sagst du, will keiner. Genau, also steht es in keinem Wahlprogramm. Fertig. Hm. Also, das ist dramatisch, was du sagst. Ismael fragt, warum schließt Scholz Rot-Rot-Grün noch nicht aus, dann hätte die Union doch weniger Wahlkampffutter. Nee, ja, aber das Problem ist, das stimmt, da hat Ismael recht, aber wenn man jetzt sagt, Rot-Rot-Grün kommt auf keinen Fall, dann ist man erpressbar durch Lindner. Weil wenn es Rot-Rot-Grün auf keinen Fall gibt, als Option, dann ist ja klar, es gibt nur noch die Ampel, da ist Lindner drin. Es gibt Jamaika, da ist Lindner auch drin. Oder es gibt Schwarz-Rot-FDP, diese Deutschland-Kombination oder Belgien, wie sie heißt, da ist Lindner auch drin. So, und das heißt, wenn man nicht von der FDP abhängig sein will und nicht durch Christian Lindner erpresst werden will und sein absolut radikales, reichen Begünstigungsprogramm, dann darf man auf gar keinen Fall die Koalition mit den Linken ausschließen. Ja. So, das ist ganz einfach. Also sozusagen die Koalition mit den Linken als Option benennen und sie in Wahrheit überhaupt nicht wollen. Genau. Das ist Scholz. Das ist auch Annalena Baerbock. Ja. Setz nur mal deine Kopfhörer auf. Wir haben, glaube ich, einen Anrufer dann in der Leitung. Hallo, hier sind Ulrike und Hans. Wer ist da? Hier ist der Marc. Hallo Marc. Schieß los. Ja, ich muss erst mal vorne wegschießen. Also Ulrike, du bist für mich und auch für einen sehr guten Freund für mich eine absolute Heldin. Oh, das höre ich gerne. Ja, wir sind wirklich total begeistert. Wir haben beide das Buch gelesen. Welches denn? Das muss ich jetzt für einen Werbeblock nutzen. Also ich denke, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Und dann natürlich das, was danach kam, was wir von Marx, Keynes und Smith lernen können. Okay. Und was mich halt jetzt so ein bisschen umtreibt, ich habe VWL studiert im Bachelor und habe das jetzt dieses Jahr beendet. Und ich hatte auch, lustigerweise, manche Leute kennen ihn, Unterricht beim Professor Haukart. Und der war wirklich total beliebt auch und hat auch seine neoliberalen Perspektiven super subtil nur untergebracht. Also man hat das gar nicht so gemerkt. Und jetzt, wo ich aber das Buch gelesen habe oder beide Bücher, hätte ich das am Anfang meines Studiums gelesen, hätte ich abgebrochen. Weil das so entfernt von der Realität einfach ist. Also ich habe das so angenommen, obwohl ich eigentlich gedacht hatte, kritisch zu sein. Und meine Frage wäre jetzt, auch jetzt im Bundestagswahlkampf, werden eben diese ganzen, ja, uraltökonomischen Weisheiten nach wie vor so bedient. Das wird nicht hinterfragt. Schwarze Null und so weiter. Und ich verstehe es nicht. Also auch jetzt Hans-Werner Sinn wieder mit der Inflation. Kannst du nicht erklären, wie kommt das, dass der ökonomische Diskurs so fehlgeleitet wird? Also es gibt dazu ganz, ganz viele Erklärungen. Deswegen musste ich ja auch zwei Bücher schreiben. Aber ich glaube, der simpelste Grund ist, und der ist natürlich schon ganz schlimm, ist, dass die Menschen den Staat immer mit dem Haushalt, dem Privathaushalt vergleichen. Also das ist der berühmte Satz von der schwäbischen Hausfrau. Also es fängt schon damit an, dass die Leute denken, ja, also ich darf keine Schulden machen. Und wenn ich Schulden mache, dann muss ich sie zurückzahlen. Und dann fragen sich die Leute, ja, wieso darf der Staat denn Schulden machen und wieso zahlt der die Schulden nicht zurück? Und da wird gar nicht gesehen, dass der Staat das gegenüber der normalen Wirtschaft ist und dass der Staat eben nicht die schwäbische Hausfrau ist. Das können sich viele Leute bereits nicht vorstellen. Und die neoliberale Theorie oder wie sie bei den Ökonomen heißt, die Neoklassik, hat den unschlagbaren Vorteil, dass sie immer beim Individuum anfängt. Genau deswegen ist sie auch immer falsch. Aber diese, ja, weil diese, also auf ökonomisch diese Mikrofundierung, nicht, ist einfach der totale Wahnsinn. Aber das entspricht den unmittelbaren Intuitionen der meisten Bürger, nicht. Und wenn man jetzt auf die Inflation kommt, dann ist das auffällig, dass gerade in Deutschland, also die Inflationspanik extrem ausgeprägt ist. Und das hat natürlich mit historischen Erfahrungen zu tun. Also nach beiden Weltkriegen war das Finanzvermögen weg, nicht, gab es enorme Geldentwertung. Und das hat diese Angst, dass das nochmal kommen könnte, hat sich dann so durch die Generationen weiter vererbt. Und dann sind alle so panisch, dass sie gar nicht merken, dass wir im Augenblick keinen Weltkrieg haben, sondern in Friedenszeiten leben. Ja, und dagegen kommt man sehr schwer an. Also, ja. Ja, das ist, das verstehe ich. Das ist, das ist schlimm genug. Und jetzt nochmal was anderes. Da ist es ein bisschen tiefer gegangen, auch jetzt klimapolitisch. Es gibt ja auch so viele interessante ökonomische Themen. Also ich habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit zur Vereinbarkeit von Carbon Contracts for Difference und diesen Grenzausgleichsmechanismus geschrieben. Ja, genau. Und das ist ja auch, also ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es wirklich nicht mitbekommen. Also Carbon Contracts for Difference, was ich mitbekommen habe, nur im Wahlkampf vorgekommen, weil genau diese Stelle im Baerbocks Buch plagiert war. Und ich habe es nicht daran mitbekommen. Der Nutzen des Plagiats. Nee, nee, das war ja eine Feststellung. Kann ich nur unterstreichen, ja. Marc, ich möchte dich mal fragen, wenn du sozusagen auch durch die Lektüre zu einem, sagen wir mal, kritischeren Ökonomen geworden bist, sprichst du darüber mit anderen, mit Kommilitonen oder Ex-Kommilitonen oder mit Kollegen, die vielleicht noch auf der neoklassischen Schiene unterwegs bist? Hältst du denen da etwas entgegen? Und was passiert dann, wenn du es tust? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich versuche das auf jeden Fall. Problematisch ist, glaube ich, in vielen Bachelorstudiengängen im Bereich Wirtschaft, dass viele gar nicht aus Interesse studieren. Sondern viele wollen eigentlich BWL, sind aber vom MC nicht reingekommen und studieren dann VWL. Und die hinterfragen dann sowieso gar nicht. Die wollen dann halt ihren Abschluss. Und kritische Diskussionen davon habe ich eigentlich wenig gehabt. Und ich habe deswegen auch jetzt, ich mache jetzt meinen Master und studiere jetzt Transformationswissenschaften, wenn man das so nennen möchte. Wo denn? An welcher Uni? Das ist so ein Erasmus Mundus. Also da ist man in, ich bin jetzt gerade auch zur Zeit in Lissabon. Achso, aus Lissabon. Ja, das ist man in vier verschiedenen Ländern. Wir sind jetzt in Lissabon, dann jetzt nach Irland, Polen und am Ende nach Österreich. Und ja, es heißt halt Transition, Innovation und Sustainability Environment. Kann ich jedem erzählen, der zuschaut, der Masterplatz sucht, war bei diesem Erasmus Mundus-Programm nachzuschauen. Die sind wirklich super. Ja, ich bin total neidisch. Am liebsten würde ich auch sofort wieder studieren. Okay, also bist du in Lissabon, aber eigentlich wolltest du dir noch erzählen, wie das ist, wenn du mit deinen Kommilitonen redest. Ja, also hier in meinem Programm jetzt, wir sind da deutlich offener. Wir gehen da auch, glaube ich, mit einer deutlich humanistischeren Perspektive ran. In Düsseldorf war das nicht so. Also ich habe in Düsseldorf halt meinen Bachelor gemacht und das war teilweise auch wirklich abstrus. Also ich hatte da auch mindestens zwei Leute, die wirklich nicht mal von dieser Neoklassik so eingenommen waren, sondern die gingen dann die ganz extreme Schiene und haben dann von österreichischer Schule gelabert. Ja, Hayek, genau. Hayek ist ja der Beste und Mises und, ach ja, übrigens Ausländer sind auch irgendwie schlecht. Das schwang da auch immer mit. Also es ist wirklich ganz merkwürdig. Und ja, mich wundert auch, dass dieses Libertäre, also dieses wirklich Hardcore-Extreme, alles dem Markt, so ein bisschen Friedrich-März-Style, dass das auch so stark in der CDU ist. Also es ist ja, das muss ja nicht gleich sein. Also in seinem Buch, Ulrike hast ja auch geschrieben, dass Keynes, Keynes war ja kein Linker. Nee, war ein konservativ. Ja, absolut konservativer und sein Währungssystem, also da kann man ja nur von träumen. Das wäre ja eigentlich so ein tolles Projekt. Also die Konservativen machen sich ja selbst ärmer und ich verstehe es nicht. Also warum, werden da wirklich Privilegien irgendwie gewahrt durch dieses ökonomische Denken? Also ich glaube nicht. Also eigentlich ist es so, dass die neoklassische Theorie, eben weil sie so falsch ist, führt ja zu einem Wachstum, das geringer ist, als es hätte sein müssen. Also alle wären reicher geworden, wenn man die keynesianischen Rezepte angewandt hätte. Also wenn man tatsächlich die Volkswirtschaft makroökonomisch versteht und als Ganzes. Dass das nicht passiert, sondern dass dann so libertäre Ideen so einen Aufschwung haben, wo dann alles dem Markt überlassen wird und die Gesellschaft eigentlich keine Rolle mehr hat. Das liegt an zwei Dingen. Das eine ist, dass die meisten Menschen gerne diese Idee haben, sie seien auf einer Insel und nicht Teil der Gesellschaft. Also mein Haus, mein Auto, mein Geld. Und je reicher eine Gesellschaft wird, desto mehr haben ja die Leute auch private Ressourcen und haben dieses Gefühl, ach ich brauche die anderen nicht mehr. Ich kann ja für mich selbst sorgen. Das ist zwar die totale Illusion, aber die wird immer stärker, je mehr Menschen reich werden. Also es ist natürlich so, in Deutschland, das weiß ja jeder, sagen ja auch die Statistiken, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, 50 Prozent, haben gar nichts. Aber bei den anderen 50 Prozent gibt es dann doch viele, die dann doch irgendwie was haben und das sind dann auch gleichzeitig oft Menschen, die als Journalisten arbeiten, die irgendwie Meinungen verbreiten und so weiter. Und die denken dann auch so, dass alle in der Gesellschaft irgendwie Geld haben und forcieren dann diese Art von Blick. Und das Zweite ist auch ganz zentral, das hängt eigentlich damit zusammen, dass permanent auch von den Reichen Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft verwechselt wird. Also der einzelne Unternehmer denkt, also für mich sind Löhne Kosten, für mich sind Steuern Kosten. Niedrige Steuern, niedrige Löhne, dann werde ich reich. Das stimmt ja auch. Ja, auf der betriebswirtschaftlichen Ebene ist das richtig, aber eben auf der volkswirtschaftlichen Ebene nicht. Denn die Löhne sind ja gleichzeitig die Nachfrage. Also wenn die Löhne immer sinken oder wenn die Steuern immer sinken und der Staat auch ausfällt als jemand, der nachfragen kann, dann fehlt am Ende die Kaufkraft und das führt dann dazu, dass die Wirtschaft eigentlich abgewirkt wird. Aber das versteht eben keiner. Ja, es ist spannend, aber ich möchte schon, dass wir noch irgendwie wieder die Kurve hinkriegen zu dem Thema. Genau, keine Fachdiskussion mehr, genau. Ja, doch, es ist ganz spannend. Marc, bleib ruhig noch drin in der Leitung, ich schicke mal rein. Philipp aus Dortmund sagt, warum braucht Kapitalismus laut Frau Herrmann zwingend Wachstum? Auch wenn es kein Wachstum gäbe, gibt es doch weiterhin Märkte und Einkommen, die verkonsumiert würden und um die die Unternehmen konkurrieren. Also ist Kapitalismus, der wachstumsfreie Kapitalismus möglich? Nee, also die Frage ist super, aber im Kapitalismus gibt es tatsächlich einen Wachstumszwang. Also das ist ein System, das nur stabil ist, wenn es wächst. Natürlich kann man zwischendurch auch mal ein Jahr Nullwachstum haben, hatten wir ja auch schon alles. Aber es muss immer die Aussicht auf Wachstum bestehen, damit dieses System stabil bleibt. So und jetzt, um das zu erklären, da gibt es eigentlich verschiedene Mechanismen, die alle zusammenwirken. Der Kapitalismus ist ein wirklich faszinierendes System, weil es so komplex ist und gleichzeitig funktioniert, obwohl die meisten Menschen eigentlich gar nicht verstehen, wie es wirklich läuft. So aber um zu den Wachstumszwang zurückzukommen, ich kann das gar nicht alles auf einmal erklären, aber zum Teil müssen die Zuhörer mir das jetzt glauben. Das erste ist, Wachstum kann es nur geben, wenn man Kredite aufnimmt. Also Wachstum wird immer durch Schulden finanziert. So, dann wächst es, dann ist aber der Punkt, diese Schulden, die man aufgenommen hat, die kann man aber auch nur zurückzahlen, wenn es Wachstum gibt. Also sozusagen bereits das ganze Geldsystem erzwingt Wachstum. Das hat nichts mit Zinsen zu tun. Also es gibt ja immer Zinskritiker, es geht gar nicht um die Zinsen, sie sind total unwichtig, sondern es geht schlicht, und das ist noch viel zentraler, um die Tilgung der Kredite. Das geht nur, wenn man wächst. Damit hat man schon sozusagen per Petuum mobiliert. Dann hat man, das hat der Frager ja auch angesprochen, Wettbewerb. So, der Wettbewerb im Kapitalismus, alle kennen das, wird meistens technisch bewältigt. Also in dem Sinne, dass man neue Maschinen kauft, mit denen man mehr herstellen kann und auch billiger. So, wenn diese Art von Produktivitätsfortschritt nicht dazu führen soll, dass ständig viele Leute arbeitslos sind, braucht man gleichzeitig Wachstum, damit diese zusätzlichen Waren abgesetzt werden können, damit die Leute dann auch die Arbeit finden und so weiter. Und das sind auch die Sozialversicherungen, alles beruht letztlich auf Wachstum. Natürlich könnte man sich eine Wirtschaft vorstellen, die nicht wächst und sogar schrumpft. Der Punkt ist nur, das wäre vielleicht nochmal ganz wichtig, auch kein Markt mehr. Das wird zum Beispiel von den Neoklassikern, um darauf nochmal zurückzukommen, auch nie verstanden, dass Märkte nicht funktionieren, wenn eine Wirtschaft schrumpft, sondern Märkte funktionieren nur, wenn die Wirtschaft wächst oder zumindest stabil ist. Warum das nicht klappt, habe ich ja eben erklärt. Aber in dem Moment, wo Wirtschaft schrumpft, muss man rationieren, damit das eigentlich noch gerecht bleibt. Gut, danke für dieses gratis et privatissime, sagt man, glaube ich. Ja, ich sehe schon, du bist nicht so richtig zufrieden, aber okay. Ich meine, wir könnten jetzt zwei Stunden darüber diskutieren und Marc wäre begeistert, wenn wir das täten. Gleichwohl möchten wir auch noch anderen die Chance geben, sich mit einzumischen. Marc, danke für deinen Anruf und ja, du bist in einer privilegierten Situation, sagt, glaube ich, Ulrike. Und weißt du eigentlich, bist du, du bist aber wahlberechtigt in Deutschland, Briefwahl oder wie? Ich habe schon gewählt, ja. Ich bin Transparency und so, ich bin auch Grün-Mitglied. Also, dann erübrigt sich die Frage, wen oder was du gewählt hast. So, das war jetzt die... Ja, ich wollte noch kurz einschieben. Ich halte die Minderheitsregierung für gar nicht so unwahrscheinlich. Und ich halte das für keine schlechte Option. Achso, ja, eine interessante Idee. Gut, das kann auch noch passieren, ja. Rot-Grün, ja. Rot-Grüne Minderheitsregierung. Und toleriert durch die Linken dann, ja? Ja, und vielleicht dann aus der Politik einigt man sich, dass das dann mit FDP oder CDU durchgeht. Na gut, das kann ich mir aus einer mediterranen Perspektive vielleicht noch vage vorstellen. Aus einer deutschen eigentlich eher nicht. Aber gut, wir werden sehen. Marc, danke schön. Ja, super, bis dann. Ja, tschüss. So, la la, so la la, nicht so la la, sondern so la la. Du wählst ja in Berlin. Genau, ja. Wie wirst du denn beim Volksentscheid, der damit ja verbunden ist, Deutsche Wohnen enteignen, stimmen? Dafür. Für enteignen? Ja, also, ich meine, diese ganze Enteignungsdebatte, das ist sehr schwierig und die Grünen sind ja eigentlich dagegen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass man halt ein Signal braucht, dass das so nicht weitergeht, nicht? Und das kriegt man nur hin, indem man da ja stimmt. Du hattest, wenn wir schon über die Berliner Wahlen sprechen, auch in dieser kleinen Runde am 17.01. gesagt, was Berlin angeht, da sei eins ja mal glasklar, es werde auf jeden Fall mit Rot-Rot-Grün weitergehen. Offen sei eigentlich nur noch, wer da die stärkste Partei ist. Stehst du zu diesem Satz immer noch? Ja. Wirklich? Also, dass Rot-Rot-Grün in Berlin weitermacht, das halte ich für sehr wahrscheinlich, ja. Aber die Frage ist eben, wer da vorne liegt, ne? Also, im Moment, laut Umfragen, liegt Franziska Giffey sehr solide vorne. Ich glaube, die Grünen sind jetzt auf Platz, zwischen Platz drei und Platz vier. Das spricht nicht unbedingt für eine Bürgermeisterin oder nicht für eine Regierende. Ja, und was ist denn, wenn es auf einmal für Rot-Schwarz reicht? Ja, also, dass Frau Giffey jetzt sozusagen eine absolut konservative Politik macht, so nach dem Motto, freie Fahrt für freie Bürger. Und jetzt versucht der CDU irgendwie die Wähler in Tempelhof oder Marienfelde abzugraben, ist ja offensichtlich. Ja. Ja, gut, also vielleicht kommt es zu einer großen Koalition, das kann, nichts ist ausgeschlossen. Aber ich halte das immer noch für unwahrscheinlich, weil in der Vergangenheit sich ja gezeigt hat, dass diese Art von Regierungen wahnsinnig provinziell sind. Und das vielleicht auch für die SPD dann gefährlich wird, also sozusagen als CDU2 wahrgenommen zu werden. Aber wer weiß. Wie bist du denn mit Bettina Jarsch zufrieden, also der grünen Spitzenkandidatin? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich die Berliner Politik überhaupt nicht verfolge. Also ich mache eigentlich nur Bundespolitik, also als Beobachterin. Insofern kann ich da sinnvoll eigentlich gar nichts sagen. Wahrscheinlich sollten wir… Und sinnlos sollst du nicht sagen. Genau. Eine ganz andere Frage, nochmal zum, in zwei Wochen wird gewählt, diese Stimmungsbilder, Ben problematisiert. Der Einfluss von Umfragen auf die aktuelle Wahlkampfberichterstattung ist seiner Wahrnehmung nach so, dass die Berichterstattung über Umfrageergebnisse viel, viel größer ist als die über politische Inhalte. Teilst du den Eindruck? Ja, das ist so. Welche Gefahr liegt da drin? Oder ist es so, dass man sagt, ja, aber diese Wasserstandsmeldung, wo das Volk gerade ist, ist doch wichtig, wichtig? Nee, aber das, also ich meine natürlich wäre es wichtiger, über die Inhalte zu berichten. Nur ist das Gefühl von Medien, und ich glaube, die täuschen sich da nicht wirklich, dass das die meisten Wähler gar nicht so richtig interessiert. Du meinst die Inhalte, Inhalte kommen ja bloß nicht mit Inhalten. Ja, so ungefähr. Und das tatsächlich, also das kann man jetzt kritisieren, aber Medien sind ja tatsächlich ein Markt. Also alle Medien, auch die Öffentlich-Rechtlichen sind davon abhängig, wie stark sie wahrgenommen werden, wie viele Klickzahlen es gibt, Einschaltquoten und so weiter, bei Zeitungen, was wird gekauft und so weiter und so fort. Und da muss man, das ist die langjährige Erfahrung aller Medien, dass die personalisierte Berichterstattung am besten funktioniert. Also da kriegt man am meisten Klicks und Einschaltquoten. Ja, ja, wir sind beide seit ein paar Jahrzehnten in diesem Geschäft, wir kennen diese Erfahrung. Gleichwohl ist es nicht dann unsere Aufgabe, wenn wir das schon wissen, mindestens als Einzelne, dafür zu sorgen, wir versuchen, dieser personalisierten Berichterstattung, der Reduzierung auf Personen und so weiter zu widersprechen und zu widersetzen und stärker über Inhalte zu berichten. Ja, das stimmt. Also weißt du, ich arbeite bei der Taz, weil wir fast nur Inhalte machen. Und ich arbeite da gerne und aus Überzeugung. Und ich würde auch sagen, ich kenne das deutsche Steuersystem beispielsweise in- und auswendig und könnte dir hier sofort einen Vortrag halten. Also nicht so, dass ich die Inhalte nicht kennen würde und ich mache auch nichts anderes, als darüber zu schreiben. Aber die Taz hat nur 60.000 Leser in ganz Deutschland. Da sind nicht die Bild mit drei Millionen und diese 60.000 Leser sind auch stabil, obwohl wir nur Inhalt machen. So daraus würde ich jetzt mal schließen, okay, so groß ist der Bedarf in Deutschland nicht an inhaltlicher Berichterstattung. Also ich finde also diese Opferhaltung, das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, die ganz viele Leser und Zuschauer haben, so nach dem Motto, ja nie kommt das, was wichtig ist. Die ist verfehlt, weil tatsächlich der Medienmarkt ist ein echter Markt. Da wird das produziert, was konsumiert wird. Und wenn die Leute am Ende des Tages doch am liebsten sozusagen das Rattenrennen da konsumieren, dann wird das geliefert. Ja, von mir wie gesagt nicht, aber die Taz hat ja nur 60.000 Leser, um das nochmal zu wiederholen. Also bitte an alle Zuhörer, kaufen Sie die Taz, abonnieren Sie uns. So, wir haben den, wir haben einen weiteren Anrufer, hallo, wer ist da? Hallo, hier ist Matthias aus Köln, 25 Jahre alt. Sehr schön, was möchtest du sagen, fragen, anmerken? Ich habe eine Frage zur CSU oder auch zur Union im Allgemeinen. Und zwar frage ich mich, warum die doch ziemlich, finde ich, deutliche bayerische Klientelpolitik von der CSU generell sehr wenig von dem Journalismus, aber auch vom politischen Gegner aufgenommen wird. Was meinst du denn damit, Klientelpolitik? Ja, zum Beispiel am vergangenen Samstag oder Freitag war es, glaube ich, am CSU-Verteitag, hatte Markus Söder, Andreas Scheuer sehr dafür gelobt, dass er sehr viel Geld nach Bayern bringt als Verkehrsminister. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, dass das eigentlich doch ein Skandal sein müsste, dass offensichtlich die CSU speziell für Bayern-Politik in dem Fall einfach macht und warum das nicht vor allem natürlich auch auf die CDU dann auch zurückfedert. Ja, das stimmt absolut. Es ist ein Skandal, wie die CSU Politik macht, auch auf Bundesebene. Deswegen wäre ich ja dafür gewesen, dass Markus Söder Kanzlerkandidat der Union wird, weil er als Kanzler diese Masche nicht mehr hätte fahren können. Also sozusagen, jetzt wurde wirklich die Chance verpasst, die CSU auf normalem Maß zurückzustufen. Aber solange sie nur in Bayern regiert, wird sie diese Bayern-Nummer immer fahren und die CDU erpressen. Genau. Und der einzige Weg für die CDU, da rauszukommen, wäre mal einen CSU-Kanzler zu haben. Aber genau das haben sie offenbar nicht erkannt. Oder sagen wir mal anders, Schäuble wollte nicht seine Macht verlieren. Interessante These. Matthias, zufrieden mit der Antwort? Nicht ganz, weil mir geht es vor allem ja darum, dass das, finde ich, meiner Meinung nach von Journalismus sehr wenig aufgegriffen wird. Also beispielsweise ist das für mich ein viel größerer Skandal als, sagen wir mal, irgendwelche nicht ganz richtigen Lebensläufe oder derlei Sachen. Und auch vom politischen Gegner, finde ich, hört man da sehr, sehr wenig zu. Warum ist das so? Ja, also ich glaube, vielleicht, weil das alle wissen. Also die CDU kann immer sagen, finden wir auch doof, aber wir brauchen die CSU, damit da überhaupt eine große Koalition in Berlin zustande kommt. Also die CSU hat sozusagen auf Bundesebene irgendwie sechs Prozent und wird als Mehrheitsbeschaffer gebraucht und hat da ihre Bedingungen. Und die Hauptbedingung ist tatsächlich, dass immer schön Geld in die Straßen von Bayern fließen. Ich meine, ich war jetzt gerade in Bayern, das ist der Wahnsinn, wie da die Landstraßen ausgebaut sind. Also man staunt. Also Sie haben völlig recht, da sind Milliarden hingeflossen. Ich glaube, du darfst ihn duzen. Ja, oder du, Entschuldigung. Ja, aber was bringt das zu Skandalismus? Also Sie haben ja absolut recht, aber was bringt das, das zu skandalisieren? Weil die CDU kann daran auch nichts ändern, dass dummerweise die Bayern eine eigene Partei haben. Klar war ich. Ich könnte ja als Konservativer dann wähler daneben sagen, der in einem oder anderen fünfzehnten Bundesländern wohnt. Dann wähle ich nicht die CDU, sondern, keine Ahnung, die FDP. Einfach mit der Begründung, dass ich eben keine bayerische Klientelpolitik in der Bundesregierung haben will. Ja, das stimmt. Also Ihre Idee, deine Idee, Entschuldigung, ich brauche wahrscheinlich noch sechs Tage, um das zu lernen. Also deine Idee, dass eigentlich die FDP die richtige wäre, um das zu skandalisieren, das stimmt. Nicht, weil die, wenn die SPD das skandalisiert, dann sagen die CDUler ja, wir können ja auch nichts dagegen machen. Und SPD-Wähler, also CDU-Wähler, die zur SPD gehen, würde man deswegen wahrscheinlich nicht gewinnen. Aber natürlich, die FDP könnte da Erfolg haben. Ich glaube, die Kritik war ja, dass Matthias sagt, warum macht ihr Journalisten das nicht öffentlich? Also ich meine, also sagen wir mal so, wenn man jetzt die Berichterstattung zur Verkehrspolitik liest in Deutschland, dann steht das immer drin. Aber das ist ja keine, aber was vielleicht stimmt ist, dass das jetzt im Wahlkampf nicht ausreichend skandalisiert ist. Nun ist natürlich so, dass Scheuer ist sowieso in der Beliebtheitsskala schon ganz unten. Also durch die Maut und Skandale und so weiter. Also Scheuer anzugreifen bringt überhaupt nichts, weil der ist schon unten. Aber Söder ist doch auch mit daran schuld, dass Scheuer im Amt bleibt. Das ist völlig richtig. Also Scheuer bleibt überhaupt nur im Amt, weil Söder ihn deckt. Und da ist natürlich auch die interessante Frage, ungeklärt bisher, welches Wissen Scheuer hat. Also wieso Scheuer Söder in der Hand hat, das ist ungeklärt. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt zufrieden sind, aber wahrscheinlich nicht. Matthias, du bist jetzt zufrieden. Ich bin zufrieden, ja. Okay, danke schön. Ich bedanke mich. Ja, mach's gut. Tschüss. RetroWill1 fragt, hast du eigentlich die bisherigen Videos von Riso gesehen? Muss ich zugeben, nein. Ja, mach mal, ist interessant. Und wenn wir schon, und es gab ja mal, das hast du vielleicht mitbekommen, die Idee, das Angebot eines Triells, moderiert und geleitet von Thilo und Riso, dem hat sich vor allem Armin Laschet verweigert. Die anderen beiden hätten mitgemacht. Wäre das eigentlich ein anderes Triell geworden? Also das muss ich jetzt mal sagen, ist wirklich schade, dass das nicht stattgefunden hat, weil was ja bei den Triells jetzt auffiel, war, es war wahnsinnig hektisch, es war auch nicht gut moderiert und es ist niemals inhaltlich in die Tiefe gegangen. Und das hätte ich jetzt von der Kombination Thilo und Riso schon erwartet, dass man einfach mal inhaltlich in die Tiefe geht und immer dann zu den Knackpunkten. Und dass man auch versucht, so lange nachzufragen, bis der Knackpunkt dann auch erreicht ist. Also was mich zum Beispiel total wundert, ist ja, dass immer noch in keinem dieser Triells besprochen wurde, dass man jetzt nicht schwarze Null, Steuersenkung und Klimaschutz, dass man das alles kombinieren kann. Das ist ja offensichtlich, aber da wird eben nicht richtig systematisch nachgefragt. Woran liegt denn das? Ja, das ist mir auch ein totales Rätsel. Also verstehe ich nicht. Famila Gars fragt, wie sehe eigentlich für dich eine ideale TV-Wahlsendung aus? Also es gibt Trielle, es gibt Arenen, es gibt Soli-Vierkämpfe. Welche Rollen und Aufgaben kämen den ModeratorInnen, den Gästen und den Redaktionen jeweils zu? Also ich glaube, was sich ja gezeigt hat in diesen zwei Triellen, die wir jetzt schon hatten, die dann irgendwie immer 90 Minuten gedauert haben, 90 Minuten ist eine lange Zeit, aber das ist trotzdem zu kurz, um diese ganzen Themen alle abzuarbeiten. Also von Klimaschutz über Bürgerversicherung, über Mietendeckel und so weiter. Und ich glaube, dass es eigentlich besser wäre, wenn man thematische Trielles hätte. Also meinetwegen ein Triell könnte dann auch nur 60 Minuten sein, nur zu Klimaschutz. Und dann meinetwegen eins nur zur Sozialpolitik und eins nur zur Steuerpolitik, sodass dann die Leute einschalten, die sich dafür auch interessieren. Das wäre vielleicht, und wenn man das dann thematisch fokussiert, vielleicht auch klarer und einfacher direkt dann auf die Inhalte zuzusteuern und nicht einfach so ein Potpourri da zu machen. Ist denn aber vielleicht auch, also Duell ist ja schon schwierig, sozusagen der klassische Häuptlingszweikampf. So jetzt haben wir das Triell, das ist ja fast noch schwieriger. Drei sind ja in vielen Lebenssituationen, einer oder eine zu viel. Und dann ist das auch noch so, da diskutiert die politische Klasse untereinander. Dann sind da drei professionelle PolitikerInnen und zwei JournalistInnen, die auch aus dieser Blase kommen. Ich denke manchmal als Beobachter, obwohl ich diesen Beruf ja nun habe und liebe, dass das in den Townhall-Formaten mehr rüberkommt, wo dann wirklich Bürger, die ausgesucht oder ausgewählt sind. Ja, gab es auch. Ob man nicht sagen sollte, dann lieber mehr von den Formaten, wo Bürger selber sich mit ihren Themen einbringen können, wo die Politiker, die Kandidaten und KandidatInnen auch anders reagieren müssen. Ob das nicht das bessere Format ist. Also ich finde das auch ein gutes Format, aber ich finde, beide Formate haben ihre Berechtigung. Also wenn es gut gemacht ist, ist es ja so, dass Journalisten machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich eben mit den politischen Parteien und den Programmen und so weiter zu befassen. Das heißt, im Idealfall haben sie eigentlich das Know-how, um diese Kandidaten auseinanderzunehmen. Dieses Know-how haben die meisten Bürger nicht, einfach weil sie ja völlig andere Berufe, völlig anderen Alltag haben. Ja, aber das Know-how wird doch anscheinend nicht hinreichend genutzt. Ja, das stimmt. Also diese Wahlarenen mit den Fragen der Bürger sind deswegen gut, weil man dann diesen Realitätscheck hat. Also die Bürger kommen mit ihrem Alltag und wollen dann wissen, ja und wie soll das denn jetzt mit der Pflege werden und bei mir funktioniert das nicht und so weiter. Das ist super. Ja, weil dieses Know-how der Journalisten da nicht ausreichend genutzt wird, hat zwei Gründe. Das eine ist schlicht diese Zeit, 90 Minuten, 20 Themen, drei Kandidaten, das kann ja nichts werden. Und dann ist es so, dass es im Journalismus auch eine Rollenverteilung gibt. Also es gibt sozusagen die Parlamentsjournalisten und dann gibt es die Fachredakteure. Und die Parlamentsjournalisten, die betrachten Parteien und Politiker wie ein Theaterstück. Also die kümmern sich eben um die Machtdynamik in der Partei und wie diese Wahlkampagnen laufen und wer das plant und welche Werbeagentur sich um was kümmert und so weiter und so fort. Aber die Inhalte sind den Parlamentsreportern meistens eigentlich weitgehend unverständlich. Also die meisten Parlamentsreporater wissen eigentlich auch nicht, wie das Steuersystem funktioniert, weil sie ja schon damit beschäftigt sind, ihre Kontakte in der CDU zu pflegen, die Machtspiele zu analysieren und so weiter. Und die Fachpolitiker sind aber niemals, Fachjournalisten sind aber niemals diejenigen, die dann solche Trielle moderieren. Oder anders gesagt, Maybrit Illner und Herr Kör, die jetzt bei der ARD am Start waren, die moderieren ja zu allen Themen ständig alles und kennen sich in keinem Thema vertieft aus, was man ihnen eigentlich noch nicht mal vorwerfen kann. Also es wäre vielleicht mal interessant, Fachjournalisten die Fragen stellen zu lassen, aber das hätte natürlich das Risiko, dass die dann nicht wissen, wie man Fragen stellt oder so eine Runde moderiert. Also in den USA gibt es sozusagen so fachorientierte oder themenorientierte Trielle oder Duelle. Ja, das finde ich gut. Ich glaube, das sollte man übernehmen. Thilo weist darauf hin, erstens, oh ja, eine Zahl, die wichtig ist, weil du vorhin so gebarmt hast von den 60.000 Abonnenten der Taz, er weist bescheiden darauf hin, dass dieser Kanal 440.000 und ein paar mehr Abonnenten hat. Ja gut, also herzlichen Glückwunsch. Also an alle 440.000 Abonnenten, die jetzt zugucken, bitte kaufen Sie die Taz. Eleganter Move. Und zum Zweiten schreibt er mir hier, wir sind Fach- und Parlamentsreporter und großgeschrieben. Also man kann das miteinander verbinden. Stimmt, das macht ihr auch und das, glaube ich, ist auch die Attraktion. Ist das, ich meine, das ist jetzt vielleicht auch, gut, online hat eben den Wahnsinnsvorteil, dass es dieses enge Zeitkorsett so nicht gibt, ja, dass du ja eben schon als eine Einschnürung begreift hast. Ist das eigentlich, und das ermöglicht dann auch die Gleichzeitigkeit von Fach- und Parlamentsjournalismus. Ist davon was zu übertragen in klassische Medien? Also sowohl Taz als auch wegen mir öffentlich-rechtlich. Also wir machen ja schon online, das ist ja gar nicht so, dass wir nicht online unterwegs wären. Aber natürlich machen wir vor allen Dingen online wie eine Zeitung, nicht? Also das sind dann eigentlich auch Zeitungsartikel, die dann eben online erscheinen. Ja, wenn man das mal selbstkritisch reflektiert. Echt, wir machen auch Online-Formate, also auch kleine Videofilme und so weiter. Aber das hat natürlich nicht die absolute Priorität, weil dieses Parallele von Printzeitungen produzieren, was wir ja noch machen, und online bespielen, das überfordert auf Dauer, nicht? Das heißt, man kann eigentlich letztlich in den meisten Zeiten nur das, was man in Print hat, dann auch online spielen. Und das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man für online produzieren würde. Radioactive Stardust fragt, war Schäubles Angst berechtigt, dass Söder die CDU so umgebaut hätte, wie kurz in Österreich die ÖVP umgebaut hat? Ja, genau. Das war die Angst und das hätte Söder auch gemacht. Das hätte er gemacht? Ja, ich meine, man muss sich ja nur angucken, wie Söder die CSU auf Linie gebracht hat und genau das hätte er auch mit der Union gemacht. Oder anders gesagt, in dem Moment, wo Söder Kanzlerkandidat gewesen wäre, wäre die Ära Schäuble zu Ende gewesen. Und der ist ja eben im Vorstand der CDU und da wichtig und das wäre dann Geschichte gewesen. Aber ich glaube, dass jetzt Schäubles Zeit sowieso vorbei ist, weil er ja sozusagen als Ein-Mann-Show hat er ja Laschet als Kanzlerkandidat durchgedrückt. Und das hat sich jetzt aber nicht als besonders schlau erwiesen, sozusagen die Parteiresun über den Wahlkampf zu stellen und die meisten CDU-Leute an der Basis in den verschiedenen Organisationen, ob das die JU ist, die Bundestagsfraktion, die Mittelstandsvereinigung, alle wollten Söder, niemand wollte Laschet. Also letztlich hat also Schäuble seine Partei in Geiselhaft genommen oder anders gesagt, die CDU hat etwas gemacht, was es noch nie gab. Sie hat Wahlkampf gegen die eigene Basis gemacht und das hat überhaupt nicht funktioniert. Das geht ja so weit, dass viele CDU-Kreisverbände dann Laschet gar nicht mehr plakatiert haben. Aber du gibst ja jetzt Söder sozusagen die zweite Chance, dass du sagst, ja unter Umständen gibt es dann Jamaika, aber unter der Bedingung, dass es nicht Laschet, sondern Söder wird. Das hast du vorhin gesagt. Ja genau, weil ich meine, der CDU ist alles zuzutrauen, aber die Frage ist ja, okay, es war ein sehr schlechter Wahlkampf von Laschet. In der Krise, in der Flutkatastrophe hat man gesehen, dass er es nicht kann, dass er für Krisen nicht geeignet ist. Jetzt ist aber dummerweise das Kanzleramt Dauerkrise. Dann ist natürlich die Frage, nimmt man einen wirklich schwachen Kandidaten, der auch schon allgemein als wirklich schwach wahrgenommen wird, als Kanzler. Nachdem man schon gemerkt hat, dass das mit dem Wahlkampf nicht lief. Denn das Kanzleramt ist jetzt wirklich kein Selbstläufer, sondern ist tatsächlich das anspruchsvollste Amt, das es in ganz Deutschland gibt. Also es wird auch immer komplizierter, Kanzler zu werden. Also in den 60er Jahren, als man da Kanzler war, da konnte man ja noch wochenlang in Urlaub fahren. Das ist ja alles vorbei. Das ist ja ständiges Krisenmanagement. So und was passiert, wenn man einen wirklich ungeeigneten Kandidaten in so einer Exekutive hat? Hat ja die CDU in Baden-Württemberg erlebt, die hatten ja Mappus. Mappus war auch sensationell ungeeignet für dieses Amt. Und das Ergebnis war ja, weil die CDU diesen katastrophalen Mann als Ministerpräsidenten hatten, war am Ende dann Kretschmann dran. Das Undenkbare wurde wahr, die Grünen hatten die Mehrheit in Baden-Württemberg. Das hätte ja auch niemand gedacht, denn das war ja die konservative Bastion. Das heißt, du plädierst jetzt für einen, du plädierst jetzt für einen in Wahrheit Kanzler Laschet, damit dann in vier Jahren… Nicht in vier Jahren. Also nein, also ich glaube, es gibt jetzt verschiedene Optionen. Erste Option ist, Laschet wird gar nicht Kanzler, sondern es wird gleich Söder. Dass man einfach Laschet sagt, weißt du, du hast so einen schlechten Wahlkampf gemacht, wir wissen jetzt alle, du kannst es nicht. Du wirst jetzt hier nicht Kanzler, das ist zu riskant. Wir nehmen gleich eine sichere Bank, also Söder. So, das würden alle mitmachen, weil 70 Prozent der CDU-Wähler wollen ja eigentlich sowieso Söder als Kanzler. Da würde keiner sagen, was, Laschet hat den Wahlkampf gemacht und jetzt kommt Söder. Nein, dann würden alle sagen, also bis auf wenige Ausnahmen, endlich hat die CDU Licht gesehen, also von den CDU-Wählern. Endlich haben sie dann doch noch Söder genommen, den wollten wir ja immer, jetzt ist er endlich im Kanzleramt. So, falls die CDU doch Laschet nimmt, wäre meine Prognose, dass das dann wie folgt weitergeht. Die Wahl in NRW geht verloren, geht also wieder an die SPD. Laschet macht irgendwelche Fehler, kann also als Kanzler nicht überzeugen. Dann sieht die CDU die Gefahr, dass weitere Wahlen verloren gehen, weil man ja diesen katastrophalen Kanzler hat. Und dann läuft es genau wie 1966. Damals hat man Erhard nach einem Jahr Kanzlerschaft entsorgt, obwohl er anders als Laschet 1965 noch einen super Wahlsieg hingelegt hatte. Ja eben, die NRW-Wahl ging 1966 verloren, also genau das, was Laschet dann in einem Jahr aufdrohen kann. Und dann sahen alle schon, komm Gott, noch weitere CDU-Bastionen fallen und dann musste Erhard gehen und Kiesinger kam. So, das heißt, genau diese Art von Meuchelmord würde ich der CDU dann wieder zutrauen. Du traust dich was mit deinen Prognosen vor dem Januar Hintergrund. Ja, gut. Der Chat fragt, also auch bezogen auf diese Einschätzung, hat die CDU eigentlich schon verloren? Es sind noch zwölf Tage, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, das stimmt alles. Man soll das Fell des Bären nicht verteilen, ehe er denn erlegt ist. Und jetzt beim letzten Triell haben Beobachter gesagt, da war jetzt aber Armin doch ein bisschen im Angriffsmodus, wie man sich das erwartet. Und Olaf hat in der Verteidigung nicht immer souverän ausgesehen. Es gibt anscheinend bei den CDU-Umfragewerten eine Art Stabilisierung, vielleicht sogar einen kleinen Trend hoch. Also kann man nicht auch die Option sehen, dass am Ende es dann doch für die CDU als stärkste Partei reicht? Nee, davon bin ich eigentlich bisher immer ausgegangen, dass das so kommt. Also wie gesagt, Laschet, aber erstmal um bei Laschet zu bleiben. Also im Triell war er jetzt irgendwie ein bisschen besser als vielleicht im ersten Triell. Aber das Hauptproblem ist ja, dass er jetzt in dieser Angreiferpose ist, also in der Pose des Herausforderers. Das ist natürlich der totale Quatsch eigentlich, strukturell, wenn man ja die Kanzlerin stellt. Das ist jetzt der Herausforderer zu sein, so zu tun, als sei man Opposition und der Kleine, der jetzt von unten kommt, ist ja schon die maximale Demütigung für die CDU. Die ist gestartet als Kanzlerpartei, als Volkspartei mit über 30 Prozent und jetzt sitzt sie bei 20 Prozent und ist froh, wenn sie 21 hat. Und Laschet muss jetzt so zu tun, als wäre er 16 Jahre in der Opposition gewesen. Und dabei stellen sie das Kanzleramt und er ist Ministerpräsident. Also diese Verkehrung der Rollen ist schon der helle Wahnsinn und ein Dauerzeichen der Schwäche. So und jetzt, was alles, was Scholz machen muss, ist ja, also um das Maximum für die SPD rauszuholen, ist, man macht einfach keine Fehler. Ja, und da ist Scholz gut drin. Ist das der Grund, weswegen er, obwohl er mal gesagt hat, er kommt zu Thilo Junk noch vor der Wahl, es sich einfach, sein Pressestab sozusagen sich totstellt, nicht auf Anrufe und so weiter. Für ihn wäre das ein Risiko, hier zu erscheinen? Also ein Risiko weiß ich nicht, das wäre wirklich interessant. Er ist sehr schwer zu knacken, das kann ich aus Erfahrung sagen. Aber das würde Thilo vielleicht schaffen. Aber es, genau, Thilo sagt schon ja, genau. Was soll er auch sonst sagen? Ja, und ich traue das Thilo auch zu. Aber wie gesagt, Scholz ist schwer zu knacken. Aber es würde vielleicht gelingen. Aber wenn die sich jetzt totstellen, dann hat das wahrscheinlich wirklich damit zu tun, dass das gar nicht mehr in die Rolle von Scholz passt. Also der ist jetzt der Merkel-Erbe. Und Merkel war auch noch nie bei euch in der Sendung. Sondern jetzt macht man auf Staatsmann. Und da gehst du nicht in so ein Schmuddel-Online-Ding? Nein, da geht er hin, wenn er Kanzler ist. Aber dann kommt er? Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er dann sozusagen schamoffensive hierher kommt. Aber jetzt sozusagen hierher zu kommen, wäre ja irgendwie das Zeichen, das habe ich jetzt auch noch nötig. Und das wird jetzt, jetzt werden nur noch die ganz großen Bühnen bespielt, weil er ist jetzt der künftige Kanzler. Also das würde, nehme ich mal an, dass die so denken, dass das die Sendung... Ja, und gut, wenn wir das mal bei Scholz, jetzt arbeiten wir die Namen ab. Lindner stellt sich auch tot. Der hat er auch mal signalisiert. Ja, der kommt auch nach der Wahl, genau. Kommt auch erst nach der Wahl. Und Annalena Baerbock kommt dann auch erst nach der Wahl. Die hatte auch mal vorher ein freundliches Interesse signalisiert. Was ist da los? Ja, also wie gesagt... Also Lindner hat zugesagt, schreibt Thilo gerade, hatte verbindlich zugesagt. Ja, ja, genau. Ja, ja, die sind jetzt... Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus Angst vor Fehlern. Man minimiert jetzt die Risiken. Ja, ich glaube, das ist vielleicht, ist da sozusagen, vielleicht ist das sogar der Hauptpunkt, also dass die alle Angst vor Thilo haben. Insofern könnt ihr das doch auch als Kompliment sehen, dass die alle nicht kommen wollen. Ja, das ist, das sagen die, wenn das Kind sagt, keiner will mit mir spielen, dann sagt die Mama, du, das ist nur, weil du so gut bist. Vielen Dank. Sehr, 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 sehr ermutigend. Eiche möchte wissen, was hältst du eigentlich von kleineren Parteien, also kleinen Parteien wie Die Partei oder das Team Todenhöfer? Ja, Team Todenhöfer ist ja der Wahnsinn, nicht? Also das ist ja so eine One-Man-Show. Also, Die Partei finde ich... Der hat hier auch mal gesessen. Das ist ein bemerkenswertes Video. Guckt es euch an, wenn ihr es nicht schon gesehen habt. Wirklich. Ja, okay. Ja, also, ich meine, wenn man jetzt wählt, muss man ja zur Kenntnis nehmen, dass es die Fünf-Prozent-Hürde gibt, nicht? Ja. Und ich würde immer eine Partei wählen, aber das ist jetzt meine Meinung, damit will ich jetzt keinen überzeugen, die dann doch auch Aussicht hat, im Parlament mitzugestalten. Und deswegen würde ich eher dazu tendieren, ich persönlich eine von den Parteien zu wählen, die es wahrscheinlich über die Fünf-Prozent-Hürde schafft. Mhm. Wenn du Wählerin in Schleswig-Holstein wärst, dann hättest du die Möglichkeit, eine Partei zu wählen, die nicht an die Fünf-Prozent-Hürde gebunden ist. Ja, genau, der SSW, genau. Der SSW, ja. Ja, ich würde das da nicht machen, sondern ich bin ja grünes Parteimitglied und würde die Grünen wählen. Ja, ich meine, das ist jetzt irgendwie doof, mich das zu fragen. Da müsste man jetzt Leute fragen aus Schleswig-Holstein, die nicht parteipolitisch gebunden sind. Ja, okay, das verstehe ich schon. Haben wir noch einen Anrufer da eigentlich, Thilo? Nein, im Moment nicht. Dann frage ich auch eine Frage, die im Chat kam, weil du auch über Söder und den Vergleich zu Kurz gesprochen hattest. Ist Söder eigentlich gefährlich für eine liberale Demokratie, vor allem im Vergleich zum österreichischen Rechtsruck? Also, ja, Söder ist gefährlich. Also ich habe extra eine Biografie über ihn gelesen, um vorbereitet zu sein. Und da wurden mehrere Dinge sehr deutlich. Also das eine ist, das kann man wirklich so sagen, Söder geht über Leichen, wenn es ihm nutzt. Also es gab immer wieder in seiner Karriere, in den letzten 30 Jahren, Situationen. Ist Seehofer eine lebende Leiche? Nee, es ist schlimmer. Noch? Nein, Seehofer ist ja sozusagen satisfaktionsfähig, ist ja auch ein sehr wichtiger CSU-Politiker. Was ich meine ist, dass Söder immer die Rechte der Schwachen verletzt. Also er hat gegen Obdachlose gehetzt, gegen Arbeitslose, gegen Zuwanderer, gegen Flüchtlinge und so weiter. Also wenn Söder glaubt, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist und ihm nutzt, auf den Schwachen rumzutrampeln, also Arme, Sozialhilfeempfänger, dann macht er das. Da kennt er nichts. Also sozusagen bei Söder geht es um die Macht. Und wenn der Weg zur Macht erfordert, dass man sich über Schwache lustig macht, ihn Rechte nimmt, sie diffamiert, macht Söder das. Das ist das absolut Gefährliche an ihm. Also dieses, um das klar zu machen, geht über Leichen, das ist sprichwörtlich gemeint. Du meinst, er ist skrupellos, er räumt dann Gegner, politische Gegner. Nein, das meine ich nicht. Sondern was heißt das, wenn man Obdachlose, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Migranten diffamiert? Dass sozusagen, da gibt es eine vehemente Verachtung für die Unterschicht und auch für Ausländer, die brandgefährlich ist. Das ist ja genau das, was auch rechts macht. Und das macht Söder, wenn es ihn politisch nutzt, wenn er denkt, dass er auf diese Weise Wählerstimmen generieren kann. Das hat er gemacht, als er im Kreisverband Nürnberg war und das hat er gemacht als CSU-Parteivorsitzender und auch Ministerpräsident, als er noch glaubte, dass er bei der AfD Stimmen gewinnen kann. Und erst als er gemerkt hat, dass das nichts bringt, die AfD zu kopieren, dass das sogar gefährlich ist und noch mehr Stimmen kostet, hat er damit ja aufgehört. Das hat er aber nicht aus Überzeugung gemacht, sondern das hat er nur gemacht, weil er Stimmen gekostet hat. Das heißt, er ist der absolute Opportunist und es geht tatsächlich um nichts anderes als die Macht. Wäre es vor diesem Hintergrund, wenn das deine Einschätzung ist, eigentlich unter Demokratiegesichtspunkten dann nicht erst recht völlig unmöglich, so jemanden zum Kanzler gegebenenfalls zu wählen, der gar nicht als Kandidat aufgestellt worden war? Ja, wie gesagt, also ich bin jetzt hier nicht der absolute Söder-Fan. Das merkt man. Ja, aber was man jetzt auch mal sagen muss, ist, er ist wirklich sehr intelligent. Ich glaube, das wird unterschätzt. Und was ja interessant ist über seinen Lebensweg ist, er ist immer über den Konflikt gegangen. So und in der CSU gab es unendlich viele Leute, die haben Söder aus tiefstem Herzen gehasst. Und am Ende war er aber der CSU-Ministerpräsident und sonst niemand. Und das zeigt eben, dass er sich diesen Konflikt leisten kann, weil er besser ist als alle anderen. Und Söder verbindet extremer Fleiß, extreme Intelligenz, sehr klare strategische Visionen und, das wird auch mal vergessen, er ist Fernsehjournalist und kann in Bildern denken und kann in Inszenierungen denken. Naja, lange hat er nicht in dem Beruf gearbeitet. Nein, aber er weiß, wie, das stimmt, weil er dann ja politische Karriere machen muss. Aber er weiß, das glaube ich, würde kein Fernsehjournalist bestreiten, er weiß, wie man in Bildern denkt. Und damit ist er auch sozusagen in der deutschen Parteienlandschaft sehr selten. So und jetzt ist eben die Frage sehr, sehr begabt und gleichzeitig natürlich durchaus gefährlich, weil er Schwache diffamiert, was passiert. Jetzt muss man aber sagen, dass andere große Begabungen in der CDU, beispielsweise der Fraktionsvorsitzende Brinkhaus, im Zweifel auch über die Ausländer herzieht, wenn es Nutzen bringt. Und auch Laschet hat jetzt vom Asyl-Tourismus in unsere Sozialsysteme gefaselt. Also das ist immer eine Gefahr bei der CDU. Also sie nutzen die Möglichkeit, zu Lasten von Schwachen selber Stärke zu entwickeln. Übrigens, auch Markus Söder hatte zu einem Interview zugesagt, per Handschlag, und im Moment reiht er sich ein in die große Fahrdangst derjenigen. Die nicht kommen. Die nicht, ja. Ja, wenn die alle nach der Wahl kommen wollen, dann wird es richtig voll. Dann wird es hier richtig, ja genau. Dann wird es richtig voll. Letzte Frage, Ulrike. Schafft Hans-Georg Maaßen es in dem Bundestag? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also so genau habe ich mir die Lage in Südtüringen nicht angeguckt. Was natürlich interessant ist, ist ja, dass alle anderen Kräfte werden ja dann bald hinter der SPD stehen, um sozusagen Maaßensdurchmarsch zu verhindern. Die CDU ruft ja zum Teil schon dazu auf, ihn nicht zu wählen. Ich meine, das wird natürlich da im Süden Thüringens so eine Art Trotzreaktion führen. Also das führt zu extremen Polarisierungen. Die einen, die dann sagen, jetzt wählen wir ihn erst recht. Wir lassen uns doch nicht aus Berlin vorschreiben, wen wir hier wählen. Und die anderen, die alle geschlossen zur SPD gehen werden, um das zu verhindern. Also sozusagen im Kleinen hat man dann da nochmal Sachsen-Anhalt, die Landtagswahl. Da ist ja Hasselhoff, der CDU-Ministerpräsident, auch mit diesen enormen Stimmzuwächsen durchgekommen, weil eben alle anderen verhindern wollten, dass die AfD die stärkste Partei wird. Und diesen Effekt wird es auch in Südtüringen geben. Alle werden mobilisieren. Aber ob es dann reicht, um Maßen zu verhindern, das kann ich nicht beurteilen. Sie haben einen populären Gegenkandidaten, also einen der populärsten ehemaligen, ich glaube, Biathleten in der DDR. Das ist vielleicht, also das ist jetzt interessant. Da kommt ein Wessler. Da kommt ein Wessler und trifft auf eine kulturelle, sage ich mal, ich zähle Sport dazu, auf eine kulturelle Ikone der alten DDR. Also da trifft die eine Ideologie gegen etwas wie vielleicht auch Heimatverbundenheit, wie auch immer. Ja genau, aber wie gesagt, also Chancen gibt es. Und ich meine, der Profiteur, wenn Maas nicht gewählt wird, wäre natürlich Laschet. Dann hätte er ein Problem weniger. Und Heinrich hofft bestimmt das gesamte CDU-Präsidium, dass die SPD da durchkommt. Ja, also wir warten jetzt auf, dass irgendjemand die Mails liegt, CDU-intern, wo sie ihr Kreuz dann lieber machen oder auch nicht machen sollen. Gut, zum Abschluss, Dirk grüßt aus dem Chat. Ich habe geträumt, die Grünen haben Plakate aufgehängt mit dem Spruch Öko-Diktatur jetzt und haben damit gewonnen. Das war krass. Hat so ein Traum irgendwann eine Chance, Realität zu werden? Also das bedeutet ja, kannst du dir vorstellen, dass Verhältnisse so dramatisch werden, dass Menschen sagen, es geht jetzt nicht mehr anders? Also wenn dann eben die Titanic tatsächlich auf den Eisberg gelaufen ist? Also was sicher stattfinden wird, ist, dass die Klimakatastrophe immer weiter voranschreitet und sie wird ja auch Deutschland treffen. Also es wird hier trocken. Es wird vor allen Dingen im Sommer an Wasser fehlen. Die ganzen Wälder werden sterben. Also es wird schon dramatisch. Nur das wird dann nicht dazu führen, dass da irgendjemand plakatiert, jetzt wollen wir die Öko-Diktatur, sondern was passieren wird, ist, dass alle Parteien den Klimaschutz immer stärker in ihr Programm aufnehmen. Also das konnte man ja jetzt auch schon sehen. Früher hat doch die CDU... Das Papier ist geduldig. Ja, ja, natürlich. Aber so wird das weiterlaufen. Also der Klimateil wird immer größere Anteile von den Parteiprogrammen haben und zwar von allen. Und die Maßnahmen, die man dann vorschlägt, werden auch immer drastischer werden, weil ja parallel zum Problemdruck werden die Leute auch immer mehr verlangen. Also zum Beispiel diese Debatte, die heute noch geführt wird, Verbrennermotor, darf man den verbieten oder nicht? 2030, ja oder nein? Nein, das ist schon, glaube ich, bei der nächsten Wahl überhaupt keine Frage mehr, weil dann ist das Thema Verbrennermotor durch. Aber dann bei allen Parteien. Also dabei bleibe ich jetzt bei meiner Analyse sozusagen. Deutschland bewegt sich als Konstanzdemokratie immer sozusagen alle zusammen, weil sonst läuft es nicht. Gut, Ulrike, danke schön. Übrigens danke für euer Interesse, eure Fragen in dieser und jener Form. Ich sage an der Stelle in der nächsten Woche, wir haben ja ein bisschen was aufzuholen, gibt es mindestens eine Hans-Jessen-Show mit SPD-Chefin Saskia Esken. Und vielleicht gibt es noch eine Überraschung, who knows? Hättest du eine Frage an Saskia Esken? Die würde ich garantiert stellen. Oder auch zwei. Der fragt sie doch, warum Olaf Scholz nicht gekommen ist. Ja, gut, da wird sie, ja, da ist doch die Antwort vorhersagbar. Termin, Termin. Da würde sie sagen, ich hätte ihm immer empfohlen zu kommen, aber vielleicht war es einfach. Nee, aber eine, ähm, jener, der... Ja, frag sie doch mal, wie das gehen soll, Klimaschutz und schwarze Null. Mhm. Okay. Ja, ist notiert. Okay. Ulrike, danke schön und bestimmt sehen wir uns ganz bald wieder, weil du hast dich heute auch wieder, das finde ich übrigens gut, du versteckst dich ja nicht, du hältst dir nicht zu viele Hintertürchen offen, wie ich das gelegentlich tue und immer nur von Optionen reden, sondern du hast dann deine Position und dann kann man das auch ganz gut, Fakten checken. Genau, in einem halben Jahr können wir dann sehen, wie es weitergegangen ist, ja. Okay. Danke nochmal für euer Interesse, für eure Unterstützung. Ja, ihr wisst, diesen Kanal, dieses Format, wie auch andere, gibt es nur, weil ihr es unterstützt. Wer im vergangenen Monat, also im August, zu den Unterstützern gezählt hat, seht ihr jetzt im Abspann. Tschüss, bis nächste Woche. Ich bin jetzt im Abspann. Tschüss, bis nächste Woche. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020